Und Action! Da müssen wir heute ganz entspannt, schön, es ist ja schon wieder, es geht voll auf den Keks, wenn es dabei so brummt beim Reden, das geht mir voll auf den Keks. Und er sagt dann, nee, nee, schwanger bin ich nicht, aber irgendwas ist irgendwie Besonderes bei Nathalie, oder was ist das? Hat sie sich die Haare gefärbt, sind die Augen blau geworden? Oder ist sie jetzt vielleicht, keine Ahnung, ne? Ja, vielleicht, oder so. Irgendwie so, verstehst du? So, quatscht man hier so viel, wir müssen arbeiten, ey, wir haben zu tun, Alter, Schwede, hör mal auf rum zu quatschen jetzt. Also lass uns ja mal reingehen, Mann, wir haben voll die Arbeit, du müssen, machen wir jetzt hier, Mann, da kann ich nicht in der Zeit mehr hängen. Los, bitte Ruhe bewahren, ja? Bitte werden sie jetzt nicht nervös und bewahren sie bitte die Ruhe, denn wir gehen jetzt zu einem Spiel, was seinesgleichen sucht, wie viele andere, die wir haben, die wirklich, was wirklich ein, ein sogenanntes Suchtspiel. Dieses Spiel, wenn du praktisch nicht bereit bist für dieses Spiel, kann es dich in ein untiefen, menschlicher, emotionaler Dingsbumse führen, sozusagen, ja? So ist es mir so passiert, weil ich schalte mal, es ist so schwarz, es wirkt so deprimiert, ich meine mal so. Also ich war ja schon mal Sims-süchtig, ja? Und das war schlimm, ich hab wieder, das wollte ich nochmal sagen, ich hab nicht gegessen, nicht geschlafen, nicht getrunken, keine Sexseiten mehr geguckt. Ich hab nur noch Sims-Seiten gesucht, wo ich was runterladen kann. Und dann habe ich die Seite mir beiseite geschafft. Die Seite muss ich noch laden, die Seite muss ich noch laden. Also diesen Link muss ich noch haben. Diesen muss ich runterladen, noch diesen runterladen, noch diesen runterladen, noch diesen runterladen, 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 runterladen. Dann waren irgendwann so viele und dann kam auf einmal, oh jetzt, die ganze Seite ist ja gut. Dann ging es, die Seite muss ich noch ganz runterladen, also die ganze Seite runterladen. Die Seite muss ich noch runterladen, die Seite muss ich runterladen, die Seite noch, die Seite, die Seite muss ich gucken, diese Seite. Und dann wurden es immer mehr und immer mehr Links. Dann habe ich schon bei Firefox, habe ich schon so Striche gemacht. Du kannst, wenn du da mal, du hast jetzt einen Ordner, wo du ganz viele Links drin hast, dann kannst du noch so Trennlinien dazwischen machen. Dann fing ich an, Trennlinien zu machen, was verschiedene Rubriken war. Zum Beispiel nur Jungs-Mädchen-Klamotten, nur Häuser, nur Accessoires, nur das, nur so. Und es wurde immer mehr und immer mehr und ich habe nicht getrunken, nicht geschlafen, ich ging gar nichts mehr. Und ich habe es nicht mehr ausgehalten im Kopf, verstehst du? Weil es wurde immer mehr, aber ich wollte alles haben, ich wollte das ganze Internet runterladen. Das war total schlimm. Und da habe ich erst mal irgendwann aufgehört, um wieder runterzukommen, weil ich war kurz vor dem psychologischen Herz-Gehirn-Tod sozusagen gewesen. Jetzt geht es wieder, jetzt geht es zur Zeit wieder, weil ich nichts runterlade, sondern einfach erst mal nur ein Spiel oder so. Also ich lade nicht, weil wenn du da anfängst mit dem Runterladen, das ist wie eine Sucht, weil du findest noch ein geiles Stück und 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 noch ein geiles Stück. Es nimmt kein Ende, Mann. Das ist total schlimm. Du brauchst wirklich komplette Körperbeherrschung, dass du wirklich so emotionslos guckst zu dir die Seite an und sagst, oh, ist ein schönes Teil, das lade ich mir mal runter. Das ist auch nicht schlecht. Aber das bleibt ja nicht so. Das bleibt nicht. Du guckst da und denkst, oh, wow, und meh, und boah, haben wollen. Ja, und so geht es dann los. Und ehe du dich versiehst, bist du in diesen Strudel und kommst da nicht mehr raus. Das ist wirklich schlimm. Ja, Mann. Wollte ich einfach mal gesagt. Also für alle Sims-Spieler, passt auf, dass ihr nicht in diesen Strudel kommt. Der reißt einen tierisch nach unten und du weißt nachher nicht mehr, was mit dir los ist. Ja, ja, das ist das Gefährliche an Sims. So, ja, also denkt bitte an. Besonders die kleinen, kleinen Spieler, die kleinen, kleinen Sims-Spieler sozusagen. Passt bitte auf euch auf. So, ähm. Theoretisch sollte man Sims 4 erst ab 18 spielen dürfen, oder? Oder, seid mal ehrlich. Sims 4 sollte ab 18 sein, oder? Hahaha. Ähm. Was? Wir haben uns auf das erste Stream-Baby gefreut. Was? Was? Warte, passiert nichts. Es passiert. Und Hallöchen, Sonnenschein. Und Dings da oben. Zwölf. Zwölf Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Ich dachte schon, es kommt wieder nichts. Jetzt ist es mal drin. An die Arbeit. Die Musik ist schön, oder? Ja. Mh, 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 mh. Nanana, mh, 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 mh. Der Lied ganz schön lang. Ist egal. Denn die Musik ist doch wunderschön. Denn wir spielen Sims sehr so gern. Jaa, sogar alle. Auch groß. Oh, Hund fern. Splack. Mh, mh. Mh, 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 mh. Jaa. Nicht farbig. Hat man den nicht farbig? Lass mal lieber mal ich... Lass mal lieber kurz noch mal gucken. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Mh, 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 mh. Jaa. War eine Schweinearbeit, den Platz auf diese... ...auf diese Dinge anzupassen, Mann. Ah ja, habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Die Leute im Livestream. Weil ihr hatten ja neulich... ...habe ich ja weitergespielt und ihr konntet alle nicht sehen. Ich musste den gesamten Boden... ...der war ja grün gewesen. Also praktisch so grün wie daneben. So wie hier. Musste ich den gesamten Boden anpassen. Haben wir ja auch Video alles. Das haben wir alles auf Video. Weil der Boden... ...der grüne Boden hat einfach nicht... ...der grüne Boden, nicht Hoden, ja? Der grüne Boden... ...hat praktisch nicht zu dem Ambiente gepasst. Deswegen musste ich natürlich einen eigens kreativen... ...ambientmäßigen Bumsding... ...seht ihr hier. Exquisit geskillt alles hier, ja. Gebasht. Also wirklich vom Feinsten der Bohnen. Sie halten sozusagen wirklich ein hartes Stück Arbeit... ...mit viel Liebe zum Detail. Ja, das haben wir alles in dem Video. Wir lieben die Musik. Alles hier noch? Ja. Und das Faszinierende ist, wo sind denn die alle? Wo seid ihr denn alle? Na, nicht da die Vögel. Ah, wir sind im Baum-Modus-Kurs. Ja, ja. Wo ist das? So, wir dürfen heute, müssen wir ein bisschen sehen, dass dann unser neu entwickelten Diesel ist jetzt die sogenannte traurige, sehr, sehr, sehr traurige Arbeiterstadt, ja? Wo die Schicksale ihren Lauf nehmen, wo es sehr traurig ist, herzerreißend, praktisch RTL 2. Ja, und genau das, wir befinden uns jetzt praktisch hier bei RTL 2. So, und, äh, genau. Und natürlich auch. Sat 1. So. Da, 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 das ist die Frage. Wir haben zwar zwei Bestraferplätze, no, aber wir sollten mal noch schon mal eine kleine traurige Hütte hinballern da. Ja, hier vorne habe ich mir überlegt, weil, äh, hier vorne, ey, wenn du hier vorne, ey, wenn du hier vorne, egal was hier vorne ist, sieht ja richtig schön da aus. Also, eine Arbeiterstadt ist ja, ne, soll es ja traurig sein. Also, das heißt, diese zwei Plätze da, da müssen wir uns was Besonderes überlegen. Also, da können wir mal wirklich hier in der Arbeit da wohnen, wo kommen wir denn da hin? Also, da kann ja nicht das Volk wohnen, ja? Der normale Arbeiter kann ja da nicht wohnen, da sag mal. Da, guck mal, wo kommen wir denn da hin? Ja, da hin, nein, nein. Dann müsste der kleine Arbeiter, muss ja mal klein gehalten werden. Und wenn der da am Wasser wohnt, dann kriegt der ja einen Höhenflug. Das kann man ja nicht zulassen. Können wir nicht zulassen. Ja, so, und deswegen, ähm... Ich hätte mal Bock, mir mal das Restaurants-Dingsbumse mal reinzuschauen. Genau, wir haben ja das Restaurants-Dingsbumse von Chris. Da muss es ja irgendwo nicht nur materialmäßig was geben, ist ja klar. Aber es muss auch wahrscheinlich ein fertiges Häuserlein geben, oder? Oder vielleicht nicht, oder? Sag mal, ja, gucken wir mal. Einfach frech, wie wir sind, gucken wir mal. Ich bin der Meinung, da muss doch vielleicht, vielleicht gibt es sogar ein Galeriehaus oder so was. Vielleicht schon fertig, so als Beispiel-Dingsbumse vielleicht oder so was. Ich weiß halt nicht, aber wenn wir gleich sehen. Also, theoretisch, oder? Oh, guck mal, hier, ein Nobelviertel, was ist das denn? Von uns? Was ist das denn? Achso, das ist wahrscheinlich dann... Hä? Echt denn? Haben wir aber nicht mehr. Ah, Leute, wenn es das gibt, muss es aber auch ein Restaurant eigentlich geben, oder? Warte mal, es gibt auch fertige Restaurants, die du platzieren kannst. Aber, äh... 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 Also, ähm... Chris, sag mal, weißt du, ob hier, äh... Sag schon, äh... Ist hier ein Restaurant mit dabei? Oder nicht? Guck mal hier, das hier, gerne so. Family House! Kommt natürlich nicht in die Arbeiterstadt, ist ja klar. Denn hier werden die Häuser alle möglichst traurig aussehen. Ich weiß, das ist schlimm, aber... Vielleicht ein Baumhaus, obwohl das schon Luxus ist. Ich meine, das sieht immer ein Genieke aus. Die schreiben immer nur CC und dann geht's doch nicht. Ja, eigentlich schon, sag Chris. Hm... Und Brinky, hallöchen! Und Mace, hallöchen! Und hallöchen, alle Neuen und alle Alten. Ja, lehnt euch zurück. Hört auf an, euch rumzuspielen und genießt einfach den Livestream. Ihr habt morgen noch genug Zeit zum Spielen. Sind die von mir die Dinger? Oh, warte mal, ach, das ist alles Dach. Das ist alles von Chris, Chris von der City da. Guck mal hier, ne Junggesellen-Suite. Aber wir brauchen Restaurantsbomben, oder? Hm. Boah, guck mal, das sieht auch geil aus, oder? Mad Evil House. Evil Knebel House! Mann, wir haben so viele geile Häuser, die werden wir alle hinstellen, sag ich euch. Und das hier vor allem, guck mal hier. So auf Altertum gemacht, Mad Evil, das ist auch, guckt euch das an hier. Aber nicht in dieser Stadt hier, nicht die Umea. Geil, oh, Mato, ich spritz den Bildschirm voll, ich halte es nicht aus. Wir haben auf jeden Fall richtig geile Dinge, Alter. Das passt eigentlich gut in diese Karte, die wir noch nicht haben. In diese, wie heißt diese, Burg Burghausen, oder wie diese komische Karte da heißt. Da passen diese Häuser alle wunderbar rein. Guck mal hier, wir haben echt epische Teile da, ne, das ist Mad Evil Village. Alter Schwede, Mad Evil Village. Ja, wir lieben Mad Evil, wir wollen ganz viel Evil Knebel haben. Boah. Oh, Chris, gib mal einen Tipp, wo wir hier ein Restaurant, da fehlen da noch, boah. Alter, geiler, Alter. Die müssen wir uns alle reinziehen. Die ziehen wir uns alle voll rein. Das ist auch cool hier. Boah. Haben wir das nicht sogar schon hingestellt, das Casino-Ding? Aber das ist für die Wüste. Für die Wüste Gabi. Denn die Wüste Gabi, die ist so wüst. Wisst ihr, als ich habe mal eine Zeit lang nach Leuchttürme gesucht, das war gar nicht so einfach. Ich habe mir alle Leuchttürme angeguckt, um zu gucken, welcher Leuchtturm ist denn jetzt. Cool. Das könnte man theoretisch auf diesen Luxusplatz da vielleicht hinstellen. Aber wir gucken rein in ein Restaurant. Suche an der Seite mal nach Restaurants. Kannst ja einstellen. Richtig. Sollte. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da kommt der Sache her, hier kommt der Sache her. Heißen die Lounge, das waren direkt Restaurants? Doch, da, eins, das ist ein Restaurant, das ist wie ein Haus, das ist wie ein Wohnhaus. Soll das ein Restaurant sein? Dann haben wir ein Restaurant oder was? Und dann bei Grundschließung, dann gibt es anscheinend. Aber anscheinend braucht man die anderen dazu, oder? Das soll ein Restaurant sein? Ja, das ist wie eine Wohnung. Ja, das habe ich mir, glaube ich, besorgt, oder? Ich glaube, das habe ich mir besorgt. Aber immerhin wäre ja schon mal eine Don Calamaris. Na ja, das könnte man in der Arbeiterstadt machen. Was dann, Calamaris? In der Arbeiterstadt. Ich muss schon mal so ein kleines Restaurant hinstellen. Nichts, nichts Besonderes. Aber das sieht eigentlich schon viel zu besonders für die Arbeiterstadt. Ja, das ist zu besonders. Ach komm, wir ziehen es uns trotzdem mal rein. Nur mal zum, wie groß ist denn das hier? Äh, 30 mal, nur mal zum Reinziehen kurz. 30 mal 20, zeig mal ja. So, was habe ich gesagt? 13 mal 20 gesagt, ne? Ja, verstehste? Machen wir mal direkt neben dem Gamerhaus von Laura. Verstehste? Ja, nach dem Spielen jetzt zu fressen kannst du sagen. Ja, jetzt, jetzt, jetzt frisst ihr dir so richtig den Wanz voll und dann jetzt zu Gaming machen. Oder ungekehrt. Nach dem Gaming sagst du ja, oh Mann, von der Ladenparty hätte ich aber so einen Kohldampf bekommen, dass ich jetzt erst mal ins Restaurant nehme an hier. Ja, logisch, Mann. Klar, Mann. Oder rennen wir es mal rüber, holen wir ein paar Burger rüber. Bringen wir mal eine Currywurst mit ein paar Bommes. Da, 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 da. Komm, wir kicken mal kurz rein. Nur mal, nur mal kurz kicken so. Wie der Berliner sagt. Möbeliert natürlich. Wenn es möbeliert ist, hau rein die Kiste doch. Ich glaube im Baumenü würde es schneller gehen. Aber ist egal. Ne, ist eigentlich nicht egal. Aber egal. Egal, dass es nicht egal ist. Ah, sowas ist dann egal. Wird gebaut. Bitte warten Sie. Please hold the line. Oh. Schade, dass man die Karte nicht drehen kann, oder? Ich will mal diese Karte drehen. Guck mal, da steht tatsächlich so ein... Ich muss ja mal reingehen. Lass mal kurz kicken. Da wollen wir uns aber mal kurz rein kicken. Oh, da fehlt die Tür, Alter. Da fehlt die Tür, Alter. Da fehlt die Tür, Alter. Oh, ist das eine Zaubertür, oder was? Ist das aber... Klopf, klopf, klopf. Hier so. Oh, die Winkelgasse. Oh, willkommen in der Winkelgasse. Da fehlt eine Tür. Ich glaube, da hat der Ingenieur... Ich glaube, da hat der Ingenieur... Ja, so viel Passe. Herr Ingenieur, Sie haben vergessen, eine Tür hinzumachen. Die Leute kommen nicht ins Haus. Herr Ingenieur! Herr Ingenieur! Ich wundere, warum keiner drinnen wohnt. Aber keine Türen im Haus drin. Aber schön gemacht. Mit Lampe sogar. Also, guck mal, das Außen. Damit du wirst, dann du besoffen von der Treppe runterfällst, wurde hingefallen ein bisschen. Ja, analogisch. Schön getefelt. Guck mal, schön getefelt hier. Die Wände. Die Wände schön getefelt. Das ist Marmor. Marmortechnik. Ja. Guck mal, hier, Bänke sogar. Das ist ja was für eine Lady. Guck mal, hier kann sie devotes und dominantes Spiel auf den Bänken machen. Ja, guck mal hier. Guck mal, du hockst dich mit deinen Knie so auf die Bänke und hältst dich vorne am Geländer fest und dann so... Oh, warte mal, dann guckst du aber auf die Straße so. Warte mal, das wollen wir uns mal kurz machen. Aus der Sicht des... Aus der Sicht des... Genau, das sieht dann ungefähr so hier aus. Wir können jetzt nicht gerade... Das wird dann... Ja. Nicht schlecht. Ja, die haben mitgedacht. Bei dem Restaurant wurde mitgedacht. Aber auch hier... Kein Eingang. Hey, warte mal. Es gibt gar keine Eingänge. Es gibt gar keine Eingänge. Es gibt gar keine Eingänge. Einfach und alles andere. Weil mir die Add-Ons fehlen deswegen. Aber nein. Ah, ist aber auch nützlich so. Guck mal, hier ist die. Cool, das sieht ja aus wie bei Rocky, Mann. Da kommen wir in meinem kleinen Box-Restaurant. Oh. Wenn es dir nicht schmeckt, wenn es dir nicht schmeckt, kriegst du von mir eine geboxt, sage ich dir. Oh, guck mal damit. Ist das Eis? Soll das Eis sein? Da gibt es Eis, glaube ich. Oder Soßen? Chilisauce. Wer kennt diese Soßen? Wir haben einmal Chilisauce. Oder Eis? Wahrscheinlich Chilisauce. Ähm. das ist wahrscheinlich kotze was sind die anderen sorten also chili und was sollen die anderen sonnen oder geht jemand schlafen wer denn nacht nacht du schlafe ich den träume ich schon anbieter das ist jetzt ein anbieter das oder war der gerade dingsdag terry schnucki hatte sechs tage nachtschicht freu mich dich wieder zu dir liebe kursi dankeschön terry baby terry terry baby it's a got the most so war es gerade ein anbieter resett gewesen oder was ja alter ich rede gerade voll fett ich rede mit euch die ganze zeit und ihr seid alle gar nicht da aber die youtube leute ja die die leute hier für die youtube leute die leute im live stream die waren glaube ich alle gar nicht da ich rede die ganze zeit mit den leute im live stream dabei ist da jetzt gar keiner da gewesen aber ist nicht schlimm das ist es so eine schlimm britte man sich selber ist auch gut oder ist zu müssen psychologisch denke ich mal ist das wichtig dass man auch mit sich selber mal rede und wer ist jetzt schlafen gegangen nathalow oder was nathalow ist schlafen ich bin aber auch schon ein schlafen endlich war ein scheißt tag viel spaß noch nicht später eine gute nacht ja bringt dann der scheißt tag ist ja nun vorbei so deswegen kann es noch besser sein ja uns fehlen also ein paar klamotten lang ist aber auch nicht so schlimm eigentlich sieht sowieso viel zu gut aus oder aber zur not könnten was doch erstmal so lassen es soll ja sowieso nicht so elegant aus dem was schließlich für die arbeiterstadt aber wir machen es mal noch ein bisschen hässlicher also ich meine wie gesagt es ist halt eine arbeiterstadt ich meine ich weiß das klingt jetzt irgendwie böse aber es soll erst mal traurig wir können es ja immer noch etwas aber erst mal traurig müssen zu schön wo ist denn das ähm such doch noch mal nach ingame restaurants dafür brauchst du keine und da gibt es tolle in gelben restaurant sagt chris bis zu sehen aber ich hab doch chris guck doch mal ich hab doch alles hier chris guck doch mal ich hab doch alles hier chris guck es gibt ja mal ein mal restaurante warte mal hier vielleicht haben noch welche gefehlt die sind komplett fertig ja mach mal alle großen ja mach mal alle großen ja mach mal alle größen ich hab alles also ingame haben wir keine chris also ingame haben wir keine chris walle hallöchen walle guck mal hier ist auch schön aber ist zu groß also es ragt 800 kilometer in den himmel das ist hier schön guck mal hier hier will die natalo heiraten hier heiratet die natalo später da 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 dracula 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 warte mal bei alle größen da ist irgendwas mach mal alle größen weg ich weiß warum ich weiß mal hier praktisch im baumenü drin sind aber hier im baumenü drinnen sind aber ich habe nur eins kruss gehen noch mal von restaurant auf die karte die reste jetzt nur noch die größe an genau so chris wie du siehst siehst du nicht warte mal hier vielleicht alle ich glaube wir haben es und zwar maxi häuser ich glaube ich glaube wir haben sie ich glaube christian was da an ich glaube wir haben es jetzt kruss was steht da pentekel? ne pelikan ne das sind pentekel jetzt bin ich richtig oder? da sinds sie lalalala lalalala da sind andere häuser maxi häusern alle Ich dachte, da steht Sonnenallee zum tauschenden Pelikan. Ja, das ist von Gaumenfreunden hier. Gaumenfreund, oh. Das ist aber fett. Nee, da können wir in der Arbeiterstadt nicht so ein Sohn. Das sieht ja schon so aus wie von Laura das Gaminghaus, Mann, Alter. Boah, ist voll fett. Hör mal so eine Ranzhütte. Hör mal so eine. Burger Bar. Das ist die Burger Bar. Ja, die Burger Bar, oder? Ich glaube, da ist die nicht überdacht. Da speisen die Reichen, die Schönen und die Reichen. Die gehen in Schitz-Lama. Da gehen die Reichen und die Schönen hin. Mit Couture, mit Schal und Mantel. Mit Schirm. Mit Schirm, Charme und Melone. Dort sind die Fotografen, dort sind die Paparazzis. Alle sind sie dort, um gesehen und gesehen zu werden. Oh, ein kleines, nobles Ding. Da muss ich sofort an Schichtnougat denken. Schichtnougat. Das sieht richtig nobel aus. Richtig nobel, der Hobel. Das ist ja richtig nobel, der Hobel. Das sieht so filigran, elegant aus. Das könnte glatt in unsere Stadt passen. Ja, man geht so schön aus sein Häuschen raus. Flangiert so schön den Bordstein entlang da. Den Fußweg flangiert mal schön entlang. Denkt sich, ach Mensch, ich gehe heute mal ins Restaurant. Ja, zu meinem, ne? Bei mir in meiner Stadt. Ja, das sieht so gemütlich. Also zumindest von außen so mal so seriös gediegen, nicht gediegen, aber seriös exquisit. Klientel nur per Telefoneinladung. Ja. Sozusagen. Bip, 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 bip. Ja. Ist dort Villa Bovino? Ja, wir sind da mal bereit. Ja, ich hätte gern ein Tisch für zwei. Ja, ist da. Ja, Moment. Ich guck mal kurz rein. Ja, ist da. Okay, dann bitte einen Tisch für zwei um 19 Uhr. Ja, ist da. Dann einen Tisch für 19.30 Uhr. Ja, ist da. Einen Tisch für 20 Uhr. Ja, wann soll ich denn essen? Später. Okay, dann haben Sie einen Tisch für 22 Uhr. Ja, ich kann. Vielen Dank für Ihre Stellung. Dankeschön. Ja, so ungefähr ist es wahrscheinlich bei Villa Bovino. So, Villa Bovino ist auch toll. Hm, in der Großstadt habe ich ein Restaurant mitten auf dem Dach. Wird dann toll aus, wie ganz alles kombiniert. So, was haben wir denn noch? Bistro. Wow, sieht aus wie ein Parkhaus. Sieht aus wie ein Skateboard, äh, Skateboarding, äh, Roundhouse, um dort deine Skateboards und, äh, Surfbretter zu bekommen. Das ist ein, äh, äh, sieht aus wie ein Roundhouse für... Sieht so ein bisschen aus wie... Du fährst nach Dings, ja. In Berlin bist du rausgefahren nach, wie hieß das immer? Schwerin. Nach Schwerin, um dort zu, äh, keine Ahnung. Und Schwerin, was war denn da? Irgendwann siehst du immer Schwerin. Alle wollten nach Schwerin zum Tanken und Essen, keine Ahnung. Du fährst nach Schwerin. Hier, Schwerin steht das. Und hier oben, statt Gabel und Löffel, ist dann das Logo von DDR, sozusagen. Wir fahren nach Schwerin zum Restaurant. Hier. Und darum ist das Logo von der DDR. Das sieht so aus wie... So stelle ich es mir jedenfalls vor, ich war nie da gewesen, aber... Nicht bewusst jedenfalls, wenn ich mal als Kind, keine Ahnung. Also wenn ich mit Eltern da durchgefahren bin, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls Schwerin im Kopf. Schwerin, Mann. Hör doch auf mit denen. Alles zu fett. Dann muss man wahrscheinlich den Burger nehmen, oder? Also alles zu fett. Das sieht so ein bisschen McDonald's-mäßig aus, oder? Die Schnackerbar hier. Kannst du draußen schön sitzen, mit einer Lichtsäule, wahrscheinlich. Und was, das war aber nicht wirklich ein Restaurant, oder? Weil das ist eine Anscheinung. Oh, guck mal, genau, die Fenster fehlen. Ey, das sieht bestimmt geil aus mit den anderen Accessoires und so. Das heißt, hier fehlen die... Bei Don Calamari fehlen die Fenster. Sieht dann bestimmt richtig cool aus, das Haus. Als Restaurant. Das heißt, das fällt erstmal aus. Aber warte mal, hier waren da noch andere Häuser. Ach nee, ist nur anders dargestellt. Okay, also der Burger-Laden ist es. Wie groß ist denn der Vogel? 30, 20 ist der Burger-Laden. Seid mal nochmal her. Also daneben, neben dem Gamer-Haus, den Burger-Laden. Obwohl ich immer noch... Weil das Gamer-Haus in der Arbeiterstadt... Na ja, haben die Gamer wenigstens was zum Spielen, sozusagen. Arbeiterstadt, was machst du? Gaming machst du. Was würdest du machen? Was würdest du in dieser trostlosen Gegend machen? Na, Gaming halt. Da hat mir nichts anderes übrig. Musst halt Gaming machen. Die Gamer sind wahrscheinlich glücklich in dieser Stadt. Weil die brauchen nur einen guten PC. So, das Ding ballern wir weg. Raupe! Bitte! Einfahren! Und darum kannst du sogar noch einstellen. Imbiss, Brunch, Experimental, Italienisch und Meeresfrüchte. Warum eigentlich Italienisch? Warum nicht zum Beispiel Deutsch, Französisch, Englisch, keine Ahnung, Russisch? Warum gerade Italienisch? Seltsam, oder? Oder kann man scrollen, ey? Und wie kann man denn Leute, kann man auch seine eigenen Leute einstellen? Das muss man dann herausführen. Das wäre mal echt, wäre geil, wenn... Oh! Oh! Uhuhui! Dann kriegt er schon wieder Hunger hier. Oh, da muss er mal... Restaurant! Aber wir werden auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall unser eigenes Bauen. Aber 100 Proben. Aber heute ist das nicht unser Thema, weil wir werden auf jeden Fall unser eigenes Restaurant bauen. Aber 100 Pro, Mann! Und zwar exquisit nur für die Klientel in Willow Creed natürlich. Logisch. Nur per Telefon kommst du da rein. Naja, also nicht noch nicht mal so. Telefon kriegst du nur, wenn du deine Telefonnummer bekommst. Was kriegst du da, ist ja nicht gut anrufen sollst. Ja, Restaurant für die schwarze Hand. Da kommst du gar nicht rein. Da kommst du erst mal einen anrufen. Da musst du erst mal einen kennen, der in der schwarzen Hand drin ist. Dann rufst du an, sagst du, hier so... Hey du, ja? Aber du bist doch in der schwarzen Hand, oder? Ja, wieso, fragst du? Naja, wir wollten da gerne essen gehen und so. Naja, ich weiß nicht, ob ich dich da reinlassen kann, weil du gehörst ja nicht wirklich dazu. Ja, aber hey, wir sind seriös, wir haben unheimlich viel Kohle und alles und so. Da musst du ja das Rücksprache halten. Ich melde mich wieder, okay? Ja, okay, danke. Ja, kommst du ja sonst gar nicht hin. Du musst ja Mitglied sein. Also, in mein Restaurant in Willow Creek musst du Mitglied sein, dann kommst du ja nicht rein. So. Ja, Mann. So, äh, dann lass mal kurz blenden. Hm, was willst du jetzt von mir? Nein, mach doch mal. So. Also, erst mal den Burger verarmen. Burger's Burger Bar. Burger Bar. Burger's Burger Bar. Hm, 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 hm. Wann wirst du? Ja, ja, mach doch. Mach mal rein. Ne, guck mal drinnen. Alter, da verbrauchst du so ein Riesenblatt, ja? Warte mal, jetzt brauchst du so ein paar, gibt noch ein kleiner, weil es sieht irgendwie so, du bist ja voll der Platzverschwender. 30 x 20 das sieht so fett aus man ja voll der platz da krieg nur zwei zimmer krieger krieg 8000 man untergebracht auf den platz du kannst auch erst mal mit einem zimmer essen geben dann siehst du wie es funktionieren ja das ist ja nicht so groß und so eine theoretische Da ist er die Arbeiterstelle. Mal gucken. Zeig mal her. Bisschen traurig, ne? Irgendwie schon. Bisschen so traurig aus. So traurig. Ich überlege, was ich da noch drauf mache. Ne, ne, ne. Oh, Christ. Das ist hier die Arbeiterstadt. Eine Art Slums. Die ganze Karte ist eine Art Startgebiet. Das ist das Startgebiet. Da kommen alle unsere Leute hin. Ihr könnt gerne euch alle mal einen Sims anstellen. Damit ihr dann hier starten könnt. Im Startgebiet. Im Schlammgebiet. Ja. Ihr müsst euch ja erstmal hocharbeiten. Ist ja klar. Nicht jeder wird mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Ja. Die meisten haben eher einen alten Hundeknochen. Die meisten werden mit einem alten Hundeknochen im Maul geboren. Ja. Und wenn du den abgeknabbert hast, dann bist du so stark, dass du raus geht in die weite Welt und alle umboxt. Hm. Von Imbiss zum Restaurant. Genau, Mann. Ganz genau, krass. Oh, guck mal hier. Jetzt haben wir hier sogar Zeichen. Guck mal, sieht aus wie Zeichen switchen hier. Mann, ich liebe das, wißt du das? Ich liebe das, sag ich euch. Guck mal, hier alles mit Sternchen. Soll es heißen, dass es gerade neu ist oder heißt Sternchen einfach, dass es von so einem Addon ist oder so? Mann, schaut euch das an. Mann, schaut euch das an. Warte mal, für Restaurant bestimmte Objekte. Cool. Oh, guck mal hier. Küchen. Hat Küchen Profil? Profil? Wo wie ist das? Oh, fette Kiste. Richtig fetter Grill, Junge. Da kannst du also nicht. Guck mal hier, die feinen Tische. Ja, ich freue mich schon. Ich wette, wenn ich bei Google eingebe, Restaurant, irgendwas für Restaurants. Oh. Ich guck besser gar nicht immer. Ich guck besser bei Google nicht. Ich arbeite jetzt mal mit dem, sonst geht es wieder los. Ne, ich habe sowieso noch so viele Links, die ich noch laden muss. Besser, ich mache das erstmal nicht, sonst verfalle ich wieder. Ja. Aber der Boden geht das mal gar nicht. Ich meine, es soll so beschissen aussehen, aber nicht so. Es ist auch wie ein Betonplatz, Alter. Ist ja gut, aber ich meine, das ist ein bisschen heftig. Also, ich meine, ist ja gut, aber nicht so. Ich meine, man muss ja ein bisschen, bisschen mal die Kirsche drauf lassen. Wenn man ehrlich ist. Die Musik ist grad schön, oder? Das ist mal mit irgendeinem Sim spannend als Gast. Das ist mal mit irgendeinem Sim spannend als Gast. Machen wir gleich. Wird gleich gemacht. Aber zuerst brauchen wir, wir müssen erst ein bisschen Bumsding machen. Wir brauchen erstmal einen ranzigen Boden. Nicht zu ranzig, aber so ein bisschen. Also, wie gesagt, nichts besonderes. Das ist aber... Ach, der Boden ist dann so, oder was? Hä? Warum geht denn das nicht? Warum geht denn der Boden nicht? Genau, dann... Daaa... Daaa.. Daaa, daaa. Daaa... Daaa... Ach guck mal, da kann man es sehen! Du solltest einen normalen Boden verlegen. Dann machen wir mal ganz nach hinten, oder? Dann können wir hier vorne noch was machen. Vielleicht so einen billigen Spielplatz für die Kinder. Also nichts Weltbewegendes, aber so vielleicht, oder? Halt nichts Weltbewegendes, aber dann was. Weil das für ein fester Boden ist, du solltest einen normalen Boden verlegen. Hallöchen! Wie verlege ich einen normalen Boden? Ruflos! Nein! Nein! Doch! Nein! Doch! Ah! Ah ja. Fester Boden. Hosewache, was machst du da? Ich versuche heraus, dass du für mich den Boden wegbekommst. Aha. Echt jetzt? Ah, das ist doch in der Wohnung. Was ist das für ein komischer Boden? Ähm. Das kannst du doch nicht als Boden nehmen. Das ist doch Tapete, oder keine Ahnung, was ist das? Das ist draußen. Ich kann doch nicht draußen Boden nehmen, Mann. Das ist draußen Boden. Das sieht aus wie drinnen Boden, aber kein draußen Boden. Das sind doch in Häusern schon Milliarden mal Boden fallen. Aber das ist drinnen Boden, kein draußen. Ah ja. Was ist das? Jaёрr! Ja. Umar Into the Nee, nee, das ist alles... Mann, sieht der Scheiß aus. Nee, nee, Mann, hör mal auf mit dem Scheiß. Das ist alles Scheiße. Boah, heftig. Ich will nur mal gucken, sieht Scheiße aus. Aber ich will nur mal gucken, wie schlimm Scheiße das aussieht. Nee, nee. Nee, das ist alles viel zu groß. Da muss irgendwas noch Dynamik drin. Das ist alles zu... Das ist alles falsch. Das ist alles falsch. Das ist alles falsch. Das ist alles falsch. Du denkst gerade, glaube ich, zu kompliziert. Was? Mach doch das Song an die Straße und gut. Nee, wir wollen auch noch ein bisschen Bumsdingse mit drin haben. Ich muss kurz erstmal meine Kreativität aktivieren. Chris, wir sind hier in der Arbeiterstadt. Wir sind doch hier nicht bei Wünsch dir was. Das ist doch hier die Arbeiterstadt. Zeig das mal her. Ich muss ja erstmal ein Gespür bekommen. Ich muss erst mal ein Gespür bekommen. Ich muss erst mal ein Gespür bekommen. Zähne Die Kantechen Zutaten 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 Okay. Nein, 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 das ist das alles nicht, das ist das alles nicht, auf jeden Fall, was mir gefällt, ist der Weg in der Mitte, der ist schon mal ganz gut so, das passt nicht, so ein Stein an der Weg zum Restaurant fährt, ist schon mal ganz gut, das passt nicht, lieber so ein Wiesending, so und das drumherum noch so ein bisschen, passt aber nicht, das passt überhaupt nicht, das passt alles nicht, passt alles nicht, die schnelle kriegen wir das jetzt nicht hin, das kriegen wir auf die schnelle nicht hin das ist irgendwie so ein bisschen cool, aber trostlos aussieht, denn wir sind ja hier in der Arbeiterstadt, da soll es ja ein bisschen, also Luxus ist ja nun nicht gerade sehr kreativ gibt es Büsche, ja Büsche wäre auch noch eine Idee, aber wir brauchen erstmal eine Grundstruktur für den Boden, der da nicht so pervers einem ins Auge fällt, so ein dezenter, mit schwingender Boden vielleicht ein Boden, der an den anderen gut rangrennt, oh man na wir brauchen irgendwas Dezentes Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal im Moment, 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 Moment Moment mal, ich habe das vielleicht da erstmal so es ist dann wieder zu... passt halt nicht die steine waren hier gar nicht so schlecht natürlich nicht so viel aber so einen dezenten steinebums da kommen wir jetzt nicht voran der zieht scheiße aus, der zieht scheiße aus mann, der zieht scheiße aus hör auf mann, ich halt's im kopf nicht aus, Digaman 3 3 4 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 13. 16. 16. 17. 18. 20. 20. 22. Ich merke schon, heute ist mein Tag, heute ist mein kreativer Tag, heute ist mein kreativer Tag. Wir sind ja nicht in der Wüste, sonst ist es zu finster. Zu braun, zu hellbraun, ja vielleicht. Was ist denn das eigentlich? Ja, warte mal. Oh, der Sturm. Wann kommt die Flut? Na 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 na. So. Back to the Anfang sozusagen. Und jetzt machen wir nur dezent. Hallöchen alle Neuen. Hallöchen alle Neuen. Mit ein paar Bäumen oder so. Ich glaube nicht, dass du nur durch gesprühen Boden deine Look hinbruchst. Nee, das ist schon klar. Es geht aber erst mal, das hast du so ein Gefühl, verstehst du? Du hast so ein Gefühl, oh, das ist scheiße. Hallöchen Kleck und alle Neuen. Und du hast so ein Gefühl, dass es irgendwie Pipi ist. Verstehst du? Du sagst, du weißt genau, das ist das nicht. Du hast das Gefühl, verstehst du? Du hast das Gefühl, dass es halt irgendwie scheiße ist. So, das ist schon mal nicht schlecht. Guck mal. So, natürlich Bäume. Logisch Bäume. Aber das ist noch nicht der Urknall allen Seins. Zu groß. Mach mal ein bisschen kleiner. Einen Ticken bumm so. Verstehst du? Ja, so. Guck mal, das ist auch schon. Na ja, Kreativität muss ja auch erst mal wachsen. Du musst dich ja auf die Kreativität einlassen. Die Kreativität muss dich sozusagen erfassen. Du musst sie spüren und dann kommt es. Du musst ja nicht erst mal Anregungen. Dein Geist muss ja erst mal, dein Verstand und deine Kreativität müssen ja erst mal Anregungen bekommen. So, guck doch mal. Na, es wird langsam. So, warte, es wird noch nicht ganz. Dann, zeig mal her. Ne, ne, ne. Ich spüre, ich spüre wie es juckt. Juckt, juckt, ich spüre. Ja, ich spüre, merkst du wie es juckt? Ja, ich spüre, merkst du wie es juckt? Ja, aber guck mal. Aber das ist immer noch nicht. Das ist immer noch nicht. Und zwar... Doch, jetzt wird es schwierig. Jetzt kommt der Abschluss. Denn jetzt wird es schwierig. Jetzt muss man aufpassen. Jetzt muss man ernst auf Zack sein, sag ich euch. Mal her, erst mal. Hm, nee. Nee, 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 nee. Nee. Ich mach heute, was ich zuerst dachte so. Zu, zu aggressiv. Warte mal. Ich muss mich zuerst machen. Und dann, wirklich. Boah, komm mal. Ja, komm mal. Jetzt kann man die Sachen nehmen. Ja, nein, das läuft, das läuft. Hier fehlt noch ein bisschen was, weil es sieht so ein bisschen... Was hat denn so eine Vorstellung? Ja, es ist ein Scheuer. Es ist ein Scheuer. Was ist denn? Ja, du schaust. Was? Willst du von mir? Was denn? Mir gibt Gas, sie haben keine Zeit versorbert. Es läuft, es läuft, es läuft Leute, es läuft, es läuft. Jetzt noch ein paar Bühnchen und dann haben wir das Ding gerettet, kannst du sagen. Guck mal, sieht aus wie gewachsen, oder? Das sieht aus wie gewachsen, seid ehrlich. Jetzt hast du dich gerade verkackt da. Duh. 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 So viel wollen wir auch nicht machen, da kann man noch ein bisschen was drehen, aber im Moment fehlt mir noch der Power Button. So, jetzt noch ein bisschen, nicht viel, nur so ein bisschen, wir wollen ja nicht Luxus hier, weil das ist eigentlich für Arme hier alles. So, nur so ein bisschen, verstehst du, nur so ein bisschen, wie gesagt, nicht so viel jetzt hier, nicht so viel, später, wir machen das mal nur so ein bisschen, ja, und dann können wir später vielleicht noch irgendwas Kindermäßiges hinstellen, vielleicht, oder so. Oh, ja. Oh, warum geht das nicht? Ach so, so ein fettes Teil, Alter. Echtes, echtes, nur ein fettes Teil, da haben sie einfach den Baum abgesägt. Und warum haben sie den Baum abgesägt? Na, was machen die immer so? Betraue ich aus, oder? Zum meinen. Uh, fett, nein, noch was Kleines. Wir können uns, wir können uns keine Bäume leisten hier. In der Stadt kann man sich keine Bäume leisten, so, ja. Hallo, schön groß. Kann man vom Universum aussehen, so, nee, das ist, äh. Na das ist aber dann Luxus, ne, das ist Luxus, das ist Luxus, warte, wo denn, naja hier so ein einziges Strip irgendwie so, warte mal, da ist noch so ein bisschen Strip da mit dran. Zu viel gestorben, nein, 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 na guck mal, schon wird es vermutlich der Bürger, 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 Bürger. Weißt du? Eine Hecke für Arme, das ist ja Luxus, das ist ja alles Luxus. So reicht ja, oder? Oh guck mal, guck mal. Ein Wunschbaum. Fett. Echt fett, oder? Echt fett, oder? Echt fett. Echt fett. Guck mal, ist ja noch. Mensch. Willkommen im Land der Knödelbäume. Willkommen im Land der Knödelbäume. Willkommen im Land der Knödelbäume. Willkommen im Land der Knödelbäume Willkommen im Land der Knödelbäume. Hier wächst das Gras, hier wächst das Gras, ganz schön hoch. So ist besser. Hup, hup, mach nicht das aus kaputt. So ist besser. So, oder? So, da noch, genau, das war nämlich was so ein bisschen. So, ein bisschen Liebe überall. Überall Liebe und Triebe. Na, ist doch schon mal nicht schlecht. Da hinten, der Baum sieht so ein bisschen, so, ich bin ein armer Baum und fühl mich so verlassen oder sowas. Irgendwie so. Das sieht so, das sieht so, das sieht so was von künstlich aus, so. Ich brauch da irgendwie so ein Büsch. Ich brauch ein Büsch. Ein Gelbbüsch. Äh, oh, Steine ist immer gut. Ja, Steine. Steine gut. Steine gut. Hast du große Steine? Hast du keine größten Steine? Was sind das? Steine. Mein Gott, muss ich erst nach Stonehenge fahren, um Steine zu bekommen? Große Steine. Aber gut, besser als ohne Steine, als gar keine Steine. Ja, Steine sind gut. Steine sind gut. Guck mal. Ja, ein sogenannter Steingarten. Ja. Und dazu jetzt noch. Ja, 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 jetzt, jetzt, guck mal. Das ist es. Genau das war es gewesen. Genau, meine Damen und Herren. Ja, 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 ja. Ich spüre, ich spüre die Kraft des Gartens. Warte. Äh. Das sieht viereckig aus. Äh, das sieht viereckig aus. Ja, 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 da, ja, 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 jetzt, 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 jetzt läuft er. Jetzt läuft er hier. Guck mal hier. Ja. Willkommen 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 in der Garten sozusagen Moment Ja, mach mal ja Ja Warte mal Wer hindert mich denn daran? Wie sieht das eigentlich ohne? Das sieht voll passend aus, oder? Das sieht aus, als ob der Garten schon immer da war. Guck mal hier Oh, schön Hast du das Haus selbst gebaut? Ne, das ist ein Fertigding von dem Add-on, was wir von Chris bekommen haben Das ist auch nichts Besonderes da jetzt dieses Haus. Wir haben das Schlimmste Wir haben das Billigste vom Billigsten genommen um praktisch ein sogenanntes Armenhaus, also ein armes Essenshaus, weil wir hier in der sogenannten Arbeiterstadt sind und das alles sehr, sehr traurig Aber guck mal, es gibt einen wunderschönen Wirklich, wirklich, wirklich schön Oder? Seid mal ehrlich Sieht doch toll aus, oder? Guck doch mal Genau, mehr gibt es hier auch nicht Sieht toll aus, oder? Guck mal Das sieht Ey, das sieht sowas von Eigentlich ist das schon viel zu gut Guck mal, das ist schon fast Luxus So, ein bisschen Stein Guck mal hier Ja, fast schon Luxus Ja Hey, du machst das doch mal da hin Das ist dein Problem Aber das ist es Aber das ist wir sind Das ist es Das ist es Das ist es Mach doch mal den Stein ein Was ist dein Problem, Digga? Oh, schön Oh, schön Mann, das ist ja schon Das ist ja Nee, das ist ja für den Bürger schon viel zu gut, Mann Aber nicht noch Steine Wird ja mal schöner Man könnte ja denken es ja Einen wunderschönen guten Abend Liebe Kasi, wünscht dir der Löwe Hallöchen Löwe, Mann Und Brave Falcon Hallöchen, Hallöchen Hey, darum kackst du eigentlich So mit der Mauer rum Mach, knall doch das Ding da hin Und dann macht er da nicht so einen Budenzauber draus Mach da da nicht so eine Warum kann ich das da nicht hin Bauen, als ob da nichts weh Das ist doch ja Ein Sträußchen, Mann Die Ecke scheint irgendwie Dangerous zu sein Ein Blümchen? Eigentlich stimmt doch was nicht Also hier stimmt doch was nicht Sag ich euch Guck mal hier So Das ist so ein Das ist so ein Bumsding Dann musst du irgendwie noch Das ist so ein Bumsding Das gibt es hier in dieser Stadt nicht Hier gibt es keine Romantik In der Stadt gibt es nur Sodom Und Gomorra Sodom und Gomorra Ich kapiere nicht, dass ich da die Baum Nur wegen dem Baumstamm Ist das jetzt echt so Oh yeah Alter Schwede, du So Und krieg da mal wieder einen, Mann So Ja, so 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 ist doch schön, oder? So Wir wollen ja nicht übertreiben So schön Gibt es da noch eine Rutsche? Gibt es da noch eine Rutsche für Kinder vielleicht? Eine Rutsche für Kinder Das ist da noch ein Bumsding Ja! Ja! Mach das, Madame. Ja, ja, ja. so, ja, guck doch mal hier schön schön stehen halt, sieht ja so ein bisschen diese auf, da musst du ja richtig aufpassen da musst du ja richtig aufpassen dass du hier nicht über die Kante stolper lang hinschlägst, verstehst du, aber naja wahrscheinlich, wenn du praktisch gewöhnt bist in einer armen Gegend zu wohnen bist du auch gewöhnt, wahrscheinlich die Füße zu heben ja, bei den Reichen du schwebst ja von rotem Teppich direkt, schwebst du direkt rein ins Restaurant also du schwebst erstmal aus deiner Limousine raus, ja, schwebst über den roten Teppich direkt ins Restaurant hinein und auf den Platz hinein bei den Arbeitervierteln natürlich nicht da plumpst du aus deiner Kiste raus, ja wenn die Tür nicht noch abfällt rollst du dich über die Bordsteinkante rauf aufs Feld und dann robbst du praktisch nach oben, ja und zum Schluss machst du noch einen kleinen Satz, damit du oben drauf bist naja, logisch ja, das ist, als Arbeiter bist du gewöhnt da bist du hart im Nehmen sozusagen warte mal guck mal hier ne, das sieht zwar witzig aus, aber man muss auch manchmal die Kirche im Dorf lassen und wo ist jetzt die Rutsche für Kinder, Mann wo ist die Rutsche für Kinder wir wollen spielen wo ist denn unser verdammter Scheiß Rutsche, Mann gibt's denn nix zum Rutschen nix zum Rutschen oh 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 rutschen wo ist Rutschen wo ist Rutschen wir wollen Rutschen wo ist Rutschen da, da Bank Bank genau, ne Bank ne Bank hast du mal ne Bank nix zum Rutschen nicht übertreiben aber auch nicht so nein, nein, nein das ist alles schon weg macht da draußen nichts macht da einfach nix was nix nein, mach das weg ein Springenbrunnen vielleicht nein, haben die nicht verdient so oh guck mal hier ähm nein, nein hier gibt's irgendwo Kinderspielzeugs aber das finde ich jetzt auf die naja, muss ja auch ist ja ein Restaurant so, lassen wir jetzt mal alles Lamping Jungs warte mal Lamping Jungs oh, guck mal man kann sich das wirklich schön machen, oder? aber nicht bei uns nicht hier leider nicht bitte ach, nee leider, leider nicht schade, nix leider, leider nicht hier heißt es hm, hm, hm kann ich bitte einen Bürger bekommen? ja, Moment ich muss mal noch ruf hm, hm, hm nein, nein, bitte nicht kann ich nicht noch meinen Bürger bekommen? hm, hm bitte ein Pferd da steht ein Pferd auf dem Flur ähm äh, äh äh, hier so ein paar Streu wo waren das jetzt? ja, Blumen, da Blumen äh, und diese komischen Bosunzen mal da auf der anderen Seite noch ja, genau genau, damit es so ein bisschen stimmig irgendwie genau, genau so eine Art, äh, das ist das Haus von Harry Potter und seinen Dingsbum genau erst mal so Mann, das zieht aber ja, Mann, jetzt wird es fast noch romantisch, Mann so, noch ein Steinchen da hin noch ein Steinchen hier hin so, und dann noch, äh, ein Baumstämmchen, ne? woran der Baumstamm ist irgendwo war er hier ich kann ihn schon spüren ich, ich spüre ihn wo bist du Baumstamm? 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 wo ist das? kleiner Kaktus mit Blüten nein warte mal, warte mal uuuh, fett nehm ne ne, nur Baumstamm wo sind die, wo sind diese Gurkendinger ganz oben, oder was? ja so, knall hin, hau in das Ding da Mann, kack dich bloß nicht so ein mit deinem Alter, wofür braucht der eigentlich so eine riesenfette Fläche, sag mal sieht scheiße aus na, mal so ähm ähm ja ja so so reicht's ja, oder? so reicht's, haben wir ein bisschen was wenigstens eigentlich sieht's schon richtig geil aus, muss ich mal sagen also für ein Arbeiter-Dingsbumse, ne? sieht das schon ganz schön auf das Ding erstmal, weil ich so schwer arbeiten musste erstmal ein Stängli, oder? mhm hm 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 naja ist es so hm 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 sein man zu schön zu schön zu schön ja machen wir einen auf extrem oder machen wir einen auf ja willkommen im hardcore palmen nein passt von der farbe nicht passt nicht passt nicht passt nicht zu hell da fehlt noch mal da fehlt noch was dazwischen da fehlt noch so ein wo kommen die sind gib mir mal dieses graszeug da genau dieses graszeug noch mal extra haben wir das irgendwo gib mir mal dieses und gib mir mal nur dieses gras zeug bitte nein das sieht richtig gekünstelt aus ey guck mal hier skyrim das ist ja wie bei skyrim diese komischen felder da machen guck mal hier das ist wie skyrim diese komischen felder da das ist ja witzig das ist ja wie bei skyrim ich brauch gestrüppst ich brauch irgendwas warte mal hier ja ja aber wir müssen das irgendwie man nun kannst doch da nicht so rum was hast du für ein problem mit dem nee passt nicht was helles ich brauch was helles dann gib mir mal noch mal gib mir mal irgendwas anderes irgendwas hellbumsicht das ist das alles nicht dann gehen wir zu dem nee 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 ähm hier hier ja so dann mach mal ähm nein zu penetrant zu penetrant zu falsch naja kann man nicht ja genau das ist gut ja ja das rundet den keks ab ganz so zusammen das rundet den ganzen keks ab ja 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 das rundet den ganzen keks ab ja ja die musik Freunde du 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 perfekt immer das und jetzt hier noch weil hier hinten noch so ein bisschen ja das ist das naja so läuft doch Güte Siegel gut so fertig Herr Doktor kann eingezogen werden hm was machen wir für also der Burgerbrat allerdings bumsen ok soviel haben wir dazu das haben wir schon mal und jetzt müssen wir irgendwas bumsen hm bei den Steinen dachte ich gerade das hast du halt gelesen gibt es einen Igel oder Hasen ja vielleicht bestimmt aber nicht hier auf diesem Platz denn dafür ist der Platz einfach zu traurig leider zu traurig meine Damen und Herren denn es ist ein Arbeiterplatz ja für Arbeiter Arbeiter die aus ihren Wagen schnell mal rausspringen hey bringen wir zwei Burger mit und denk an die Pommes du 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 ja und dann sockt der Lehrling erstmal los sokt rein holt ordentlich Pommes Burger oder vielleicht gibt es sogar Currywürste und dann rennt er wieder los und dann geht es weiter mit der Arbeit ja mann oder halt wenn die vom Gamerhaus hier ne von Laura's Gamerhaus wenn die rüber marschieren und wir schnell mal ne weil Gamer haben auch keine Zeit da wartet der nächste Skill so äh jetzt aber kann man eigentlich nur ein Alltagsbekleidung jetzt ist die Frage Leute äh ja kann man da geht noch was also man kann den Platz schon noch schöner machen so ist das nicht zum Beispiel so kleine filigrane Bumsdingse irgendwo noch und so also da geht aber das ist nicht der das ist nicht die Mission von dem Platz die Mission von diesem Platz heißt ja traurig bist du sicher dass du erstelle einen Sim hoffe geil plus ich kann wirklich warte mal mach mal hier echt jetzt dann kann ich auch einen dazu laden oder? in diesem Modus von erstelle einen Sim nicht verfügbar oh scheiße mein Kackepissen Alter die sieht so plastisch aus mit der los die sieht so plastisch aus die sieht so plastisch aus was ist mit der passiert? und dann hat er ja mal dann mal 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 schade ich dachte wir können unsere leute einstellen schade ich hab gedacht wir können unsere leute einstellen ich hab gedacht dass wir unsere leute einstellen können wanne hat berühmter kamillentee kaffee wollen wir mal einen kaffee weiß jemand ob man ob man seine eigenen community leute einstellen kann oder kann man sich nur so ein dingsbum so definieren weiß das jemand von euch wer weiß ob man sich seine eigenen leute irgendwie einstellen kann hier chris zum beispiel wollte der noch da sein oder kann man seine eigenen leute vorlagen vorlagen aber guck mal hier specksalat tomaten sandwich hamburger tofu burger hallochen sandia schwarz weiß gebäck apfelkuchen ja super schokoladiges törtchen nimmel käsepizza ja pizza salam ja kanadische speckpizza echt jetzt gibt es sowas wirklich hot dog grillkäse da müssen wir uns noch mal mit beschäftigen aber erst mal empfangspersonal 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 wir haben einen dingsbums vielleicht geht es auch nur in den baumodus nicht vielleicht muss man ja na wahrscheinlich nicht oder weiß jemand ob man seine eigene leute einstellen kann wahrscheinlich eher nicht Sportkleidung, Badekleidung, ne Alltagskleidung, hm, na lass mal die erstmal so, aber wir wollen die, man kann ja hier auch sowas machen, aber das sieht ja anscheinend gehobener aus, also lassen wir das mal, das Schmuddelkinder hier, also man kann tatsächlich, schade, theoretisch könnten sie das eigentlich machen, wahrscheinlich machen sie es, wenn sie wollten könnten sie es machen, dass man sich aus der Galerie selber einen raussuchen kann, aber so schwer kann das nicht sein, schade man, schade, 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 da sind ja ein paar neue Dinger dazugekommen, alter Schwerer. Alter, der sieht voll plastisch aus. Oh, sieht cool aus, das ist so Rapper-mäßig so'n bisschen. Oh, Baby. Stimme sein, klein. Oh, Baby. Oh nein! Sei 싫. Warum sieht denn die so plastisch aus? Was ist denn mit ihr passiert? Oh, war ja, da sind sie wieder diese geilen, vielen geilen Klamotten, alter Schwede. oh man alter Schweder Sand hier, alter Schweder. Zeig mal kurz her. Aber auf dem Bild sieht die viel sexy mäßiger aus. Da auf dem Bild ist die aber viel sexy mäßiger. Das sieht aber viel sexy mäßiger aus auf dem Bild. Bei der plastischen Tante hier sieht es komisch aus. Das sieht voll unerotisch aus. Bei der da sieht es voll sexy aus. Warum ist die eigentlich so plastisch machen? Was hat der gemacht? Habt ihr der das Leben ausgehaucht oder was? Was habt ihr mit dieser verarmen Plastikfrau gemacht? Was ist da raus? Du hast alles komisch machst du hier. Hast du auch Farbe bekommen oder sowas? Du siehst voll plastisch aus. Das müssen wir mal testen wenn wir nicht aufnehmen oder sowas. Möchtest du wirklich abbrechen? Ja die sehen alle plastisch aus. Die sind doch total plastische Menschen. Plastik, Plastik. Na gut. Lassen wir erstmal so. So ein Restaurant müssen wir eigentlich umbenennen oder? Ja. War Bürger. Muss noch einen anderen Namen finden. Wie wollen wir den da nennen? Lauras. Weil daneben ist ja der Gamershop. Vielleicht irgendwas mit Laura oder sowas. Nein. Ähm. Keine Ahnung man. Ah Bürger. Bürgerbumse. Bamse ist ordentlich. Ehm. Wie läuft das? Kann man nicht zurück machen? Kann man nicht zurück machen? Kann man nicht zurück machen? da bin aber das ding das nimmer gamer bürger gamer bürger bude ich weiß klingt blöde gefällt es kein name ein namens noch mal nachdenken so lassen wir einfach mal gamer bürger bürger bin ich dachte wir können unsere eigenen leute rin holen muss man chris noch mal fragen wenn der mal aufpasst chris passt wieder nicht auf da müssen wir chris mal fragen ob man irgendwie seine eigenen leute hier in den laden rin bekommt so mafia mäßig eigene speisekarte wir wollen eigene leute reinbekommen vielleicht geht es ja beim ich muss man die alle erst nicht hat ja nichts damit zu tun zeigt man ja jetzt ich mache es mal wieder ist es doof dass er sich den namen nicht mehr merkt kapieren hypnos ist von hand tippen muss dass ich das von hand jetzt immer ein tippen muss das ist so ein bisschen wie sagt man dann irgendwie haben die das mit dem speicher verändern das sind irgendwie so ein bisschen dovi dovi los gehen wir mal ich würde sagen zander war der arme junge der arme junge ist heute auf dem bestraferplatz ich finde wir werden sandia mal eine kleine freude gönnen und wir schicken zum bürgerladen ja oder so ein bisschen die gucken beim beim auf deutsch gesagt beim scheißen zu da muss ja ein pissbecken da muss er sich die hände waschen und frisst da draußen mit putin und den anderen vögeln da muss er da auf den penner dingster sitzen und da seine hässlichen bürger da essen so verstrahlten dass er mal wieder was anstehende zwischen der zähne bekommt ja mann so los gehen wir mal gehen wir hin und werden uns erstmal werden wir mal sandia eine freude machen mensch ja das ist auch mal dass ich ein bisschen freuen kann obwohl er da irgendwie tatsächlich sich da irgendwie glücklich im moment fühlt der scheint da irgendwie aus jedem scheiß scheint er sich das beste rauszuziehen dass er sich trotzdem noch freut so wo ist er dann wo ist unser sandia guck mal da steht er denkt gerade so what the fuck alter was ist eigentlich hier los warum bin ich hier ich habe gar nichts getan das ist genau das ist genau der blick sandia guckt jetzt so auf dieses ranzige waschbecken da und denkt sich so warum bin ich eigentlich hier ich habe gar nichts getan ja das ist genau dieser unschuldige blick aber wir wissen es ja besser die zwei kinder sind über die klinge gesprungen ronno und termine vom stromschlag äh äh getötet sozusagen sind jetzt gerade praktisch in sag schon in hogwarts und vielleicht olle dumbledore kann da vielleicht so ein paar sprüche raushauen um die wieder ins leben zurückzuholen oder vielleicht finde ich ja noch was wenn ich da wieder auftauche in in hogwarts aber ich habe ja auch gerade zu tun mit äh mit natalou und äh mit anny von ne die ist ja gerade anny ist auch gerade wird gerade ein bisschen äh erzogen von natalou das heißt das ding geht also auch wieder nach hinten los hoffentlich fällt annie nicht auch noch in so einen katatonischen stromzustand oder so werden wir werden sehen ich hoffe nicht weil sonst müsste ich natalou muss ich halt mit anonymus reden dass natalou bestraft wird oder so was wenn das passiert natalou hat gedacht man ich bin schon so sicher ich wohne jetzt bei cosima und wohne bei anonymus jetzt kann mir nichts mehr passieren das problem ist jetzt kam aber anny ins haus ja und jetzt muss natalou anny aufpassen ja ja und schon ist die sicherheit wieder flöten ja das ist ja das witzige natalou hat sich wahrscheinlich gedacht ah gott sei dank ich habe es geschafft ich bin aus diesem verschissenen scheiß bestraferhaus raus ich wohne jetzt bei cosima jetzt kann mir echt nichts mehr passieren aber ja weil natalou muss ja auf anny aufpassen und wollen wir hoffen dass anny nichts passiert das ist nicht meine schuld ich meine ich kann ich kann nichts dafür also die dinge sind so wie die dinge kommen so wie sie kommen aber trotzdem es wird wir wir halten an diesen an diesen glauben fest also zumindest alle die so ihr sims zur verfügung stellen für hypnose wollt ja wir halten an den glauben fest dass alles wieder gut wird meine mami hat auch immer gesagt alles wird wieder gut und genau das hoffen wir ja so essen sagt sandeja ja sandeja guck mal guck mal ist richtig irgendwie süß oder und guck mal er steht an dem ranzigen becken guck mal wer die da hinten sich alle verstehen die schnacken miteinander machen sogar bestimmt wahrscheinlich karaoke abend und singen da wenn er da praktisch versucht vielleicht mal in ruhe um aufs töpfchen zu gehen ein bisschen zu machen oder so oder will sich mal aussehen schlafen gehen oder so wer und die lachen sich da drüben halb kaputt weil er hinter der scheibe er ist ja praktisch der pausenkasper hier so aber wir tun jetzt sandeja mal eine kleine auszeit können werden ein wenig reisen und zwar zum bürgerlahn so das muss man das mal legen wie wir das hinbekommen irgendwas war mit reisen gewesen hey warum joinen wir dann zu dem auto der arme sande ich glaube von hier aus kommen wir da gar nicht hin oder nicht wirklich nicht wirklich kosima und zwar speichern hoffentlich hat sandeja wenigstens ein bisschen bisschen geld verdienen können auf diesen arbeiterbestrafungsplatz damit er sich ein bürger leisten kann so reisen dann kriegt man hier drauf und dann ich glaube so oder und zwar nur einen haushalt für sims nen 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 nur sandeja ach da warte mal funktioniert denn das jetzt ich kriege ganz sandeja in das haus hier ich glaube so überlegen wie stand er da hinbekommen ist er denn hier diago war diago logo der ist bestimmt vor dem restaurant mitgekommen wer ist er denn hier alter komme ich genau richtig ich bin wieder da chris komme ich genau richtig chris sagt mal kann man bei dem restaurant seine eigenen leute einstellen also zum beispiel ja den hier zum beispiel oder oder kann ich nur muss ich mir da angestellte selber moden oder kann ich irgendwie gibt es einen trick wie ich praktisch zum beispiel sandia reinbekommen als arbeiter oder zum beispiel natal oder sowas gibt es da irgendwie ein trick oder nicht du musst im telefon telefon beim sim auf reisen gehen gehen chris meinst du ne nekosi oder den lieben ascensor zum beispiel ja aber ich bin doch schon mal anders durch die ginge aber ja kann man musst du das restaurant kaufen und dann werden welche vorgeschlagen wie kaufen wir haben es doch gebaut aber nicht unbedingt die leute die du willst dafür werden wir schon sorgen aber warte mal wie denn kaufen wir haben es doch gebaut da gibt es da gibt es dann mods aber also doch das ist ja cool na das freu ich mir kann ja praktisch demnächst wahrscheinlich sandia und natal und dann arbeiten die alle im restaurant vielleicht mal am telefon ist ja aber es gibt noch eine andere möglichkeit wie man reisen kann ich weiß dass ich immer ich bin immer anders gereist ich bin noch nie mit dem handy glaube ich gereist also kursi du musst mich und ascensor als pärchen erstellen das ist ein bisschen ihr könnt ihr das nicht selber erstellen und ich spiele dann mit euch habt ihr keinen sims oder sowas ja ja für alle die es noch nicht wissen auch für alle bei youtube oder sowas ja erstellt von euch ein sims und dann kann ich den dann hole ich den rein irgendwie gibt es mal über galerie hast du irgendwie so man kann es dann so hashtag da hypnospol oder so kann man in den sims hochladen dann kann ich mir den reinholen ja und kann dann praktisch mit euren sims spielen also alle die praktisch sims hier haben versucht mal von euch ein sims zu erstellen damit wir den ja reinholen können weil wir könnt ihr zum beispiel sandia sehen das ist ja zum beispiel sandia schneckle ist auf den anderen bestraferplatz weil wir haben jetzt zwei bestraferplätze und ich will da jetzt nicht das darf ich euch nicht verraten weil sandia ist gerade auf dem bestraferplatz das hat seinen grund auch schneckle welchen müsst euch auf video anschauen und das mache ich jetzt hat uns bestimmt zehn mal an uns als paar erstellt wenn man sonst ein hat und zwischen zehn weiter macht mich doch mal als coole surfer dude mit rein parkour kannst du das selber machen vielleicht mit sims oder so weil eins nach anderen aber besuch ist doch erstmal eins nach den anderen ja ja chris eins nach den anderen so aber es gibt auch eine andere möglichkeit mit dem reisen das weiß ich ich glaube ich bin noch nie mit dem handy gereist aber gut wir machen es mal so reisen haushalt ums hinder reisen ne das geht's doch nicht chris ne ne ich bin anders gereist da kannst du nur zu den leute reisen aber nicht ins restaurant das wird nicht guck mal da restaurant kaufen nein wir wollen reisen zum restaurant ich gehe einfach auf den haken unten nein du kannst auch allein da haben sie noch auf den haken glücken müssen da war da ein haken einen haken einen haken kannst du haken haken Nur auf den Haken klicken. Ja, nu? Dann auf den Haken kursen, ganz logisch. Ja, nu? Jetzt reiß ich immer noch nicht. Ist doch voll umständig. Also ich hatte es schon viel einfacher gehabt, Chris. Irgendwie hatte ich es mal einfacher gehabt. Telefon, dann reißen, dann auf den Haken. Ja, habe ich gemacht. Und ist nichts passiert. Und nun in den Live-Modus. Chris, das Handy scheint kaputt zu sein. Chris, das Handy ist kaputt. Was sagst du dazu? Guck mal, Chris. Guck mal, Chris. Was sagst du dazu? Du hast es falsch gemacht. Wieso? Ich bin noch da. Ich drehe gerade da. Guck doch mal, Chris. Was sagst du dazu? Es ist so einfach. Wie findest du diese Idee? Guck mal, wie findest du diese Idee? Ich habe einen neuen Reiseweg gefunden. Was sagst du dazu? Ist doch gut, oder? Chris, was sagst du dazu? Guck mal, habe ich jetzt einen Pluspunkt bei dir? Guck mal, ich habe einen neuen Reiseweg gefunden. Sei ehrlich. Was ist denn das für eine Tante da? Okay, jetzt zum Empfang. Wow, guck mal, schön der Connor. So sieht sie aus, wenn sie älter ist und ein bisschen dicker. Mit dicken Brüsten. Mann, die sieht ja fast aus wie ich. Ja, guck mal, so sehe ich auch aus. Bloß nicht, bloß ich habe Haare auf dem Kopf. Guck mal, die sieht genauso aus wie ich. Genauso sehe ich aus. Bloß nicht mit dem Kleid. Kannst du mal das Kleid ausziehen, dass wir den Leuten mal zeigen können, wie ich aussehe? Guck mal, genauso sehe ich aus. Also natürlich mit langen Haaren und ohne Kleid und ohne das. Aber ich glaube, so würde er sehen sich auch aus, glaube ich. Wunderbar, das wäre auch noch nicht. Chris, willkommen, du Gosi. Chris, ich glaube, Chris versteht jetzt die anderen Zuschauer, die alle schon. Ich muss jetzt mal ein bisschen, guck mal. Ich muss jetzt mal ein bisschen Freude in die Flasche lachen. Chris, willkommen bei Cosima. Ja, Mann. Also herzlich willkommen alle Neuen übrigens. Und guck mal, erst mal die Street bewundern. So, lass mal, ey. Ich wollte jetzt gerne nackig singen. Ich kann mir nicht helfen. Geht euch das auch so? Oh nein, da ist dieser komische Sohn hier. Wie heißt der? Oh, guck mal, wie grimmig der guckt. Was ist mit dem los? Oh, oh, oh. Der ist angepisst. Der ist hierisch angepisst. Aber wer ist die denn hier? Man, die haben alle so dicke Brüste hier. Und wer bist du eigentlich, Alter? Ach, das ist doch dieser... Das ist doch dieser Lustmolch, dieser perverse Lustmolch. Wie hieß der da gleich? Georg Lanker. Ja, ja, das ist doch der, der was von Nathalu wollte. Der ständig Nathalu... Der wollte, der hat mich sogar auch mal ange... Der hat mich in meiner Straße, also meine Straße, mein Block, meine City, hat der mich angebaggert. Mitten am Abend irgendwo, ja. Und dann war ich richtig frech zu denen. Hab denen so richtig mal die... Und dann war er nachher richtig ange... Ich glaube, wenn der mich sieht, dann würde der nämlich nicht mehr so lächeln. Guck mal, jetzt packert er die nächste an. Aber guck mal, die sieht so ein bisschen seltsam aus, oder? Ich meine, er packert jetzt nicht mal so eine heißen Öfen wie mich an, sondern seine Erwartungen hat er schon gesenkt. Das packert er schon, ne? Ey, okay, das war jetzt gemein, der Frau gegenüber. Aber guck mal, wie er sich freut. Wart mal ab, wenn wir uns wiedersehen, Kollege. Ich glaube, ich hab den sogar einer reingezogen. Wart mal ab, wenn wir uns wiedersehen. Dann vergeht er dein Schmalzlächeln. Der packert jetzt, packert er die Olle da an. Oder ist das seine Frau? Warte mal. Ach nee, das ist ja seine Frau. Das ist ja seine... Ach so. Ach, deswegen hast du mich angebaggert. Jetzt verstehe ich dich. Mann, du bist ja auch gellig, Cosima. Hey Mann! Das werde ich dann... Das werde ich deiner... Sei froh, dass ich es deiner Frau nicht gesagt habe. Ja. Sei froh, soll ich dir. Aber sie könnte auch mal so einen kleinen Wettbewerb... Sie könnte genauso wie ich, ja? Könnte sie wahrscheinlich auch an so einen kleinen Schminkwettbewerb teilnehmen, oder? Ich meine, um halt ein bisschen... So ein Schminkgrosus... Schmink... Sie könnte auch mal so ein Schminktrainingcenter teilen. Aber guck mal, sieht trotzdem irgendwie geil aus, oder? Also sie sieht schon recht... Aber sie... Ich würde sie gerne mal nackig sehen. Könntest du dich mal bitte... Ausziehen? Chinat O'Connor. 20 Jahre später. Mein Gott, die sieht echt... Weiß nicht, warum die mich gerade so anturnen. Wahrscheinlich, weil ich immer noch auf meinem BWW-Trip bin, ständig... Und vor allem er hier, die alte Pissenhecke. Guck dir hier, die Paulus, diese... Ich glaube, der hat irgendwie... Ist tierisch angepisst. Aber wir gehen jetzt zu Zandeja. So, Zandeja steht jetzt kurz vor seiner Next Mission. Zandeja, wie fühlst du dich denn? Zeig doch mal her. Oh, guck mal, Zandeja, denkst du jetzt erst mal? Mensch, endlich bin ich von diesem... Diesen verdammten Platz weg. Gott sei Dank. Du merkst richtig, wie ihm so ein paar Sorgenfalten aus dem Gesicht gezogen sind. Zandeja, naja, dann mal rein ins Abenteuer, würde ich sagen. Ja? Tschu! So, was wollen wir denn machen, Zandeja? Guck doch mal. Ist das nicht... Guck mal, wie... Vor allem, guck mal, wie der Garten jetzt aus der Perspektive aussieht. Sieht da nicht schön aus? Guck mal. Als wäre er schon immer da gewesen. Ja, Zandeja, das muss Zandeja erst mal erzählen. Zandeja, das ist handgemacht alles. Ja, den haben... Der ist extra für dich. Naja, nicht wirklich, aber... Der ist auf jeden Fall erstellt worden, ne? Und so. Guck dir mal die riesen Palmen da hinten an. Guck dir mal die fetten Palmen da hinten an, Mann. Was ist das überhaupt für ein Haus da hinten? Oh. Okay. Zandeja, ich bin hinter dir. Wollen wir mal reingehen? Digga, geh mal rein, Digga. Nein, Kumpel. Kumpel, Zandeja, sieht doch recht nice aus, oder? Also, Chris hat gesagt, wir sollen erst mal zum Empfang gehen. Warum musst du eigentlich keine Musik machen? Ich fühle mich so ein bisschen so ein bisschen so ruhig. Es ist nur ruhig. Was geht's noch? Irgendwie ist es ruhig. Warte mal. Hallo, Anna. Hallöchen, Anna. Und nun kannst du in den Live-Modus und zum Empfang dir einen Tisch geben lassen. Ja, wie geht's ja quasi? Gut. Solange es stehen, die da sind, alles gut. Also, wir gehen jetzt erst mal... Guck mal, wir haben so schön den Garten gemacht. Guck doch mal her. Toll, oder? Guck mal. Wer ist denn da? Wie heißen die? Köcheln. Meryl Streep? Warte mal. Das ist doch eine von meinen Leuten. Das ist Meryl Streep. Das ist eine von meinen Leuten, glaube ich. Warte mal, wer bist denn du dann, Kollege? Ja, das ist doch Dings, ey. Guck mal hier. Das ist Johnny Depp, Alter. Johnny Depp am Empfang. Ich krieg ja die Gräse. Johnny Depp am Empfang. Digga, hast du wieder Hunger, wa? Johnny Depp am Empfang. Ja, gut. Santeria hat jetzt ein bisschen Hunger. Sei nett zu dem, okay? Der wohnt auf dem Bestraferplatz, quer rüber, verstehst du? Also, Santeria, komm mal ran hier. Na dann, gehen wir mal zu Johnny Depp. Kann man beschleunigen? Beschleunigung? Überhaupt 10. Ja, gut. Ist so. Und Action. Warte mal, Pause. Oh, klingelt. Santeria wird angerufen. Wir Schneckle ruft jetzt an, sage ich dir. Ah, Santeria bewundert jetzt erstmal meine Kreation im Garten. Warte mal, guck mal. Und der denkt sich wieder an. Faszinierend. Ja doch, er guckt faszinierend. Hab ich schön gemacht, Santeria, ne? Los. Komm, wir gehen mal ein Stück weit. Wir gehen mal bis vorne erstmal ran. Und wir gucken derweil mal, wie so Johnny Depp auf dich reagiert. Ah, der Tür. Oh, Johnny Depp. Wahrscheinlich wieder die heißen Bräute, wenn die wieder anrufen. Oh, er guckt. Guck mal, wie er guckt zu Santeria wahrscheinlich. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, wenn ich den Blick deuten müsste, würde ich gerade denken, oh, er guckt gerade zu Santeria, als wenn, der ist aber süß. Ja, sieht doch auch aus, oder? Na logisch. Und Santeria, guck mal, den Blick kann ich genau deuten. Er denkt jetzt, was wird mich erwarten? Wird es mir schmecken? Oder schmeckt es genauso beschissen auf meinem Bestraferplatz? Das ist genau der Gedanke, den er gerade hat. Na komm, wir stellen uns erstmal hin. Nun quatschen wir mal Johnny Depp an. Ach so, so dummer. Kommt der drauf, ja. Oh, oh, das ist jetzt, guck mal, jetzt ist der Zanderia-Check-Ablick so. Ach ja. Hast du einen Tisch für mich? Oh, Zanderia macht einen auf cool. Mal gucken, wie reagiert er eigentlich auf die Coolness? Mal gucken, wie auf die Coolness, wie Johnny Depp darauf reagiert. Weil der hat ja nun auch. Er tut es, als ob er es nicht mitbekommen würde. Ja, das muss man deuten können, man. Gehe jetzt ins Bett, sage mal, gute Nacht und BB, viel Spaß. Ja, Terry Baby, Terry Baby, schlafe ich in Träumer schönes. Na los. Also wir müssen, glaube ich, direkt ran da. Um den Tisch bitten. Oh, bitten muss man. Ja, nicht betteln, sondern bitten. Hör mal los, das bin ich mal spannend. Gardine. Und, Zanderia. Hey. Oh, Cardu. Hey, Cardu. Warte, was ist das? Stopp noch mal kurz. Aber als Johnny Depp ist sichtlich begeistert von Zanderia, wer hätte das gedacht? Und Zanderia macht aber erst mal ganz seriös nach dem Motto, ich möchte gerne einen Tisch haben. Ja, so ganz seriös, so können wir ihn ja. Hoffentlich flippt jetzt, lass uns mal von hier gucken. Da können wir die Emotionen wahrscheinlich gut einfangen. Lass mal halt erlauben. Oh, er hat gesagt, ja, gibt es einen Tisch? Und Johnny gerade, boah, ich weiß nicht so genau. Ich glaube, er will ihn ein bisschen auf die Schippe nehmen. Sippene. Der Blick auf. Und glaube ich, finde ich einen Tisch. Der Blick vor allen Dingen, das ist original Johnny. Guck mal hier. Original. Und natürlich. Wie sieht es mit ihm aus? Oh. Hey, warte mal, Zanderia. Hier, sieh die Brille so. Hey, Alter. Willst du mich verarschen, oder was? Also, Zanderia hat es auf jeden Fall durchschaut. Zanderia hat es durchschaut. Aber, und, okay, auch gut. Zanderia so, hey. Guck mal, mit der Mütze will er den sagen, hey, sehe ich so demig aus, oder was? Also, Zanderia sei nett, sonst kriegst du ja keinen Tisch, da musst du wieder zum Bestraferplatz zurück. Was auf den Tresen klicken? Was auf den Tresen klicken? Zanderia geht dann automatisch zum Tisch. Was gibt es Neues? Nix. Hier, Sims. Weiß nicht, was es Neues gibt, müssen wir es gucken. Jetzt auf den Tresen klicken, ja? Also, wir sind drin. Sind wir drin? Wollen wir? Ne, läuft doch alles. Okay, jetzt auf den Tresen wahrscheinlich. Wo dürfen wir denn sitzen? Einfach so, oder? Guck mal hier. Okay, dann Tresen. Koch, Kompliment machen. Koch, beleidigen. Erstmal Kompliment machen. Ja, wie sieht es aus mit Essen? Ah, da, er hier. Freude dich vorstellen. Grob vorgestellt, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Also, wir sagen, wir haben es an der Restaurant. Was? Resto, 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 Rest, was? Restaurant, da steht tatsächlich, ich dachte, ich lese falsch oder so. Wie, Restaurant. Tisch aufgeben. Ne, ne, nicht Tisch aufgeben. Achso, warte mal. Wir brauchen da gar nicht. Wir gehen jetzt, wo sollen wir denn sitzen? Scheiße, seid nicht aufgepasst. Äh, Herr Johnny Depp. Herr Johnny Depp. Herr Johnny Depp. Äh, wo sollen wir denn sitzen? Und Sandia macht das automatisch. Sandia macht das automatisch. Einfach laufen lassen, bis er sitzt. Okay, okay. Äh, lass mich aber kurz mal lustig vorstellen. Wir müssen ja schließlich freundlich vorstellen. Sandia stellt sich halt mal freundlich vor. Das ist so typisch, Sandia. Na, wo sitzen wir denn? Ah, da sitzen wir. Oh, no. Ah, scheiße. Setz ich denn da mal wieder hin, Sandia? Weil die sollen da sitzen. Hier sitzen, sitzen und laufen. Äh, muss ich laufen lassen, nicht drücken, bis er sitzt. Sonst geht das nicht. Oh, nein. Da muss er nochmal. Ich muss noch einen neuen Tisch bestellen. Scheiße. Tisch aufgeben. Äh, äh. Tisch aufgeben. Äh, nochmal Tisch. Für Tisch, nee, für Tisch bestellen. Hier, für Tisch bestellen. So, Sandia. Oh, da ist ein Bett. Liegt dich da bloß jetzt nicht drauf? Oh, Johnny. Wow, ist ja tierisch. Was ist los denn? Hier geht es ja tierisch auf. Der perverse Mr. Ah. Ja. So. Jetzt gibt es erstmal was zu essen für Sandia. Ja, hat er sich verdient. So, Sandia, was möchtest du denn essen? Kann heute nicht zusehen. Kann heute nicht zusehen. Ha, 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 ha. Ähm. Was will, was will denn Sandia essen? Wie sieht es aus mit einem Hotdog? Sandia, willst du einen Hotdog? Ein Hamburger? Möchtest du Speck, Salat, Tomaten? Ich glaube, Sandia möchte Speck mit Tomaten, oder? Jetzt sitzt er. Ha, ha, ha. Du sollst einen Tofu-Burger essen. Was? Weiß ich nicht, ob Sandia sowas ist. Also ich würde mein, Sandia würde gerne Speck-Salat-Tomaten-Sandwich essen. Hm, ja. Du kannst ein Getränk und eine Speise bestellen. Aha. Ähm. So, Sandia, willst du einen super Punsch haben? Oh, 27 kostet der ja. Ja, die kann sich Sandia ja gar nicht leisten. Der ist ja auf dem Bestraferplatz. Aber eine Tasse Kaffee. Ach komm, heute war... Aber ich bin ja nicht dabei. Sonst würde ich Sandia jetzt da einladen. Aber ich bin ja nicht dabei. Also, ich denke mal, für einen Kaffee wird es reichen, oder? Ach komm. Er hat sich jetzt die ganze Zeit auf dem Bestraferplatz alles zusammengespart. Hat vielleicht sogar ab und zu Groschen im Sand gefunden von den Leuten, die was fallen gelassen haben, die sich ein Auto gekauft haben. Hat alles fein säuberlich in sein rostiges Sparbüchslein gesteckt. Und um sich jetzt einmal was zu essen zu kaufen, richtig. Sandia will Tofu. Nimm Wasser. Nein, nein, lass Sandia mal einen saurer Punsch. Sandia, was willst du trinken? Einen Punsch? Willst du einen Punsch oder einen Kaffee? Gib ihm Milch. Und zum Essen gibst du eine Suppe ohne Zutaten. Oh, ihr seid aber gemein zu Sandia jetzt. Dann kommt ihr sicher... Nein. Sandia, ich denke mal, einen Kaffee möchtest du haben, oder? Kaffee geht immer. Sandia, Kaffee oder Orangensaft. Such dir was aus. Und dazu gibst du als lackerliger... Cäsarsalat. Gärtensein. Ich kann mir noch gar eine Vorspeise. Ich kann drei Spasen... Was eben afghanisch klingt gut oder Punsch. Sag ich doch, also Punsch. So, Sandia. Dann brauchen wir eine Vorspeise. Wollen wir nehmen. Tortellini mit Soße. Oder Gartensalat oder Cäsarsalat. Ich würde dir ja vorschlagen, Tortellini mit Soße. In der Airburger Bude gibt es so wenig zu essen. Und trinken keinen feinen Wein. Ja, logisch. Ist ja hier die Arbeiterstadt. Du hast eine Million auf der hohen Kante. Und da bekommt er nur Wasserlau. Cäsarsalat. Ah, Cäsarsalat. Okay, Cäsarsalat. Und dann Sandia. Jetzt wird es ein... Dessert gibt es sogar auch noch. Mann, du... Also Sandia, ich würde dir vorschlagen, Specksalat und Tomaten-Sandwich. Ja, ganz gut. Ja, würde ich dir... Ich würde mal sagen, das passt zu Sandia. Du kannst, nachdem er gegessen hat, nochmal bestellen. Naja, nun wollen wir mal nicht übertreiben. Nun wollen wir mal nicht übertreiben. Und einen Keks. Warte mal. Hier, Paco geht voll darin auf, oder? Oh ja, das klingt gut. Das Sandwich nehme ich. Sag ich doch. Speck, Salat, Tomaten-Sandwich. Na, das klingt doch... Na, das meine ich auch. Sandia. Natürlich gibt es hier auch noch Käsepizza, Pizza Salami, aber das kennst du ja alle so. Und Chili, Kuchen oder was das sein soll. Dann haben wir hier noch einen Hotdog, einen Grillkäse, einen Hamburger, einen Veganer Hamburger, einen Tofu-Burger, kanadische Speckpizza. Aber ich denke mal, so erfrischend für Sandia wird wahrscheinlich Specksalat, Tomaten-Sandwich. Klingt, denke ich, mal ganz gut. Es geht nur eine Speise auf einmal. Wie nur eine. Übrigens, guck mal, so viel Cola hat Sandia. Hat eine Million? Was, Sandia hat eine Million? Naja, das gehört jeder mal nicht wirklich. Also, das gehört den Leuten auf dem... Das gehört der Merkel, ja, der Merkel, den Putin und den Obama und ihren Schwulen, der Obama immer besteigt. Also, die beiden, den gehört die Millionen. Sandia kann mal am Pop mal... Nee, kann er mal riechen, ja, da kann er dran riechen. Aber er hat jetzt ausnahmsweise mal... Ja, hat er sich ja selber ein bisschen was zusammengesprungen. Ich bin reich. Nee, nee, Sandia. Aufwachen, Sandia, aufwachen. Kann man sich auf einfach einen Riegelbutter bestellen. Keine Ahnung. Das geht nur eine Speise auf einmal. Kosi, das geht nur eine Speise. Pro Bestellung. Hast du eine Mahlzeit gegessen, kannst du eine neue bestellen. Wieder mit Getränk. Also, ja, was ist mit der Vorspeise, Chris? Der Staat füttert mich durch... Alles durch Drogenverkauf. Nee, das macht Sandia vielleicht aus Verzweiflung, wenn er dann noch länger auf diesem Platz bleibt. Und dann kommt er... Gott sei Dank gibt es kein Gefängnis, weil sonst würde nämlich Sandia noch ins Gefängnis kommen, ja. Weil wenn nämlich Sandia noch länger auf diesem Platz bleibt, dann wird er vielleicht sogar noch kriminalmäßig, also kriminell. Und dann... Aber wir haben noch keinen... Man kann ja, glaube ich, auch Polizei verhaften und Gefängnis. Das haben wir aber noch nicht. Dann könnte man nämlich die Leute auch ins Gefängnis stecken. Ja, dann würde Sandia nämlich ins Gefängnis kommen. Ja. Erst Vorspeise plus und plus Getränk. Ach so. Dann Hauptspeise plus Getränk. Ach so. Okay, dann machen wir erstmal... Okay, Sandia. Dann gibt es jetzt erstmal... Ähm... Cäsar-Salat. Aber erstmal nur Vorspeise und ein Getränk. Ja, genau. Dann darf Sandia... Mann, da lässt er sich aber richtig gut schmecken. Da muss er aber nachher wieder trainieren, dass er nicht zu dick wird, Mensch. No. Dann ist er ja nachher ein BBW-Junge. So wie ich, blabend sagen, BBW. Wenn ich die Dinger noch weiter esse, dann sieht er aus wie ein BBW-Mädchen. Dann passt mir meine Winterjagre nicht mehr. Kann ich mir ernten? Ich kriege dir bloß mit Essensnaugen. Aber erst mal... No, das kostet 41 Euro. Sandia, der Spaß kostet dich schon mal 41 Euro von deinem sauer verdienten, zusammengekriechten, gekrochenen, auf dem Platz gefundenen Geld und so. Oder wenn mal irgendwo was aus der Tasche gefallen ist. Aber naja, Sandia sagt sich, der Grillkäse auf Toast ist auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, Speck mit Dings ist richtig gut. So, nehmen wir das erst mal. Oh, wir sind Sandia. Sind wir das? Ah ja. Guck mal, da steht es ja auch. So, ähm, zack. Hör mal los. So, Sandia kriegt das tatsächlich sein Essen an den Tisch geliefert, oder was? Guck mal, er freut sich. Guck mal, wie er sich freut. Kann ich mir Blüten machen? Irgendwie war bestimmt ein Blüten. Jetzt müsst ihr durch Zufall Schneckle auftauchen. Das wäre toll, ne? Aber leider... Keiner redet mit ihnen. Wahrscheinlich war er von dem Bestraferplatz kommen oder so, oder? Aber er ist glücklich. Guck mal, war er endlich mal was Richtiges essen kann. So, Sandia, du gibst endlich mal was Richtiges zu essen, Mann. Guck mal, Johnny Depp hat Schmetterlinge im Bauch. Alter, der, guck mal, dieser alte Schameur. Der macht dir ja seinen Namen alle Ehre, oder? Gibt's denn Essen? Wie sieht's mit dem Essen aus da hinten? Das ist Meryl Streep, die hier... die Meryl Streep am Kochen. Das ist echt cool, Mann. Und ein Eis noch. Gibt's schon Essen? Oh, guck mal, der arme Sandia. Aber dein Essen wird gemacht, Sandia. Die scheint's aber drauf. Oh, die hat's auch mal drauf, hier. Sandia, muss noch ein bisschen warten. Die ist hier am Kochen. Ich seh's ja. Die Kamera drehst, siehst du die... Super, Mann. Ach, ich hab gar nicht mitbekommen, dass dein Essen gekommen ist. Na, dann lass dir mal schmecken. Oh, der Punsch. Oh, der sieht aber lecker aus. Oh, sagt er. Oh, ho, ho. Dann lass. Genieß ruhig, lass ruhig, genieß. Oh, guck mal, Sandia ist glücklich. Da hinten ist Luke Skywalker. Da hinten ist Luke Skywalker. Wer ist er hier eigentlich? Sandia ist auch richtig gewaltig. Wer ist denn das hier? Wer ist denn das hier? Victor Peng ist ja hier. Und wer ist er hier? Marco Stevens. Kennen wir nicht. Und er? Aaron Löhner. Kennen wir nicht. Oh, guck mal, Sandia hat zuerst seinen Punsch alle gemacht. Und wer ist sie eigentlich? Lilipeng. Achso, Lilipeng. Guck mal, da kommt Luke Skywalker rein. Das ist doch Luke Skywalker, oder? Ja, was ist er denn? Der ist wie der. Der ist so. Der ist so. Nee, warte mal. Das ist... Halt mal. Halt mal stehen, Kollege Schneerschuh. Das ist doch. Ja, richtig. Luke Skywalker. Gerade gelandet anschein. Mann, oh Mann. Jetzt ist ja die Prominenz hier. Los, los, los. Boah, was ist er denn? Was hat er denn jetzt? Luke Skywalker macht jetzt einen auf Kellner oder was? Oh nein, Alter, du bist so dämlich. Ey, was hat denn dir Yoda beigebracht? Ruhe musst du haben, sonst du kannst dich nicht retten, wenn du hast nicht Ruhe, du nicht decken kannst. Ja man, genau das hat dir versucht Yoda beizubringen, wenn du nicht bin ruhig, wenn du nicht seien ruhig, du nicht decken kannst. Ja man, oh man Digga, echt abgelost seid ihr. Und wer macht die Scheiße weg, die mach du mal weg, also, soll die Zandir wegmachen? Oh, Zandir krieg nen Anruf. Sag mal, mit dem telefonierst du denn da? Sag mal Zandir, brauchst du einfach ein stilles Geheimleben oder so? Achso, Zandir tut so, wahrscheinlich, Zandir hat so getan, als ob er irgendwen kennen würde. Ja, weil er ist ja auf dem Bestraferplatz, sozusagen voll die Arschkarte. So, alle Leute sprechen miteinander, er sitzt da ganz alleine. Was macht man? Naja, man guckt auf sein Handy, er tut ganz gewichtig, sozusagen, ja. Also, damit die Leute halt nicht denken, dass du halt so ein einsamer Mensch bist oder so. Aber guck mal, wo guckt er denn da hin? Er scheint die Lampen zu berühmert, da gibt es ja sogar ein Klo, Alter, ist ja cool. Ich meine, er muss ja auch ein Restaurant haben, aber ich habe das noch gar nicht gesehen. Na also, guck mal, da sind die ganzen Vorräte. Cool, Mann, das ist ja richtig, ah, Luke ist am Acker, gut. Achso, Zandir ist fertig, dann bestellen wir das nächste. So, jetzt, äh, Kuchen bringen, äh, Tisch bestellen, für Tisch bestellen, genau. Warte mal, da war noch was gewesen. Essen beenden und Rechnung bezahlen. Ne, wir wollen noch, oh, was kommt alles auf den Schmierzettel oder was? Warte mal, was passiert, wenn Zandir jetzt wegrennt? Ah, ah, jetzt wird weiter bestellt, hey, jetzt wird weiter bestellt. Gut, doch nochmal beim, äh, beim Kellner. Ja, bestell doch nochmal beim Kellner. Ja, na klar, also jetzt hier. So, jetzt kommt das Hauptgericht. Also erst mal, so, Zandir, äh, Zandir, du hast ja jetzt erstmal einen Punsch getrunken, so ein saurer Punsch, das ist Alkohol, oder? Ein Punsch ist doch Alkohol, oder nicht? Ich glaube, wenn du jetzt noch ein Glas trinkst, dann, äh, findest du wahrscheinlich ihn nach Hause, oder, also, nicht, dass das schlimm wäre, ich meine, wer will da schon freiwillig zurück, aber nicht, dass sie dich noch mehr bestrafen, weil du stinkbesorfen an die Arbeit kommst, oder, O-Saft, ein O-Saft. Ich hätte gedacht, du willst einen Kaffee haben, aber gut, gibst einen O-Saft, und dazu, genau. Na, und dazu einen schönen, dann sind wir bei 53 Euro. Und als Nachtisch, was essen wir denn als Nachtisch, Zandir, als Nachtisch haben wir hier super Schoko, super Schoko-Dingsbums-Törtchen, Schokokuchen haben wir, dann klassisches Vanilletörtchen, einen Schoko-Keks, Schwarz-Weiß-Gebäck und einen Apfelkuchen. Also, ich persönlich würde ja zum Apfelkuchen, wer weiß, wann du wieder was zu essen bekommst, von daher würde ich dir als Empfehlung dann als krönenden Abschluss einen Apfelkuchen raten. schon einmal geschrieben, dass sich einen Keks mag, und schon zweimal das in O-Saft. Schoko-Törtchen klingt gut. Aber ich muss mal mit der Lupe lesen, ich kann nicht warten, aber ich muss mal, wie heißt das Ding, ein super Schoko-Ladiges-Ladiges-Törtchen sozusagen. Ist auf jeden Fall nicht, aber als Zandir, wie wäre es denn mit einem Apfelkuchen? Guck mal, wer weiß, wann du wieder mal so was Leckeres zu essen bekommst, Mann. Aber als Zandir müsste ein Schoko-Törtchen. Schoko-Kuchen, klassische Vanilletörtchen, also dann ein Schoko-Törtchen. Für 11 Euro sozusagen, 11 Euro, was für, ähm, wie gesagt, lecker. Was für ein DLC hast du, Sonnenschein, bestellt gerade unsere Sims zusammen? Ich weiß jetzt nicht, welche DLC es ist, ich hab das Restaurant, hab ich das Restaurant? Weiß ich nicht. Ja, versuch das nur mit dem Nötigsten zusammenzustellen, keine Mots und so Mots oder sowas. Wenn ja, dann muss man darüber noch mal reden, das haben wir bei der Venus hier, die bei uns ja Moderatorin ist. Die hat mir dann ihre ganzen Mots mitgegeben für ihre Figur, was sie sich hat dargestellt. Kannst ja eh nur ein Gericht und ein Getränk auf ein Einmal erstellen. Hätte schon Reallife-Apfel selbst gemacht. Achso, ob geht's an der, dann erstmal so ein Schoko. Ach ne, warte mal, jetzt gibt's erstmal Speck-Salat-Tomaten-Sandwich und dazu natürlich ein Orangensaft und dann überleg dir mal, was du danach noch zu dem, zu dem Schoko-Törtchen. Kannst du dann aber ein Kaffeechen trinken, oder? Dann hast du die Sache schön abgerundet. So, bestellen wir mal weiter. Das war der heute richtig reingemacht. Kommt er? Ah, Luke gestellt. Luke Skywalker. Ready. Go. Lichtgeschwindigkeit. Gratia Porza, Beret, Zilnoi. Bäh! Bäh! Zandir, der hat gerade Bäh gesagt. Sag mal, Luke, also wenn du noch weiter im Restaurant arbeiten willst, dann solltest du mal an deiner Etikette arbeiten. Du, du, sonst du nicht retten kannst dich, sag ich dir. Wenn du nicht an deiner Etikette arbeitest, dann du dich nicht retten kannst, sag ich dir. Das sag ich dir aber wirklich mal. Das hab ich gesehen, du nimmst es bei Zandir, um es an einer anderen Ecke hinzuschneiden. Sag mal, was soll denn der arme Junge? Räum doch mal den Tisch auf. Oh, die sind doch auch nur am Fressen. Sag mal. Das ist nicht schön, was du da machst. Der Junge möchte mal anstellen. Guck mal, die Flamme da sieht schön aus. Oh, guck mal hier. Das sieht aber schön aus. Der Luke ist voll in Lappen. Ich mag immer noch keinen Kaffee. Das heißt, zum Nachttisch dann Milch. Okay, dann Milch. Meines hat Luke das da hingestellt und Zandir muss da wieder an so einem Penner-Tisch sitzen. Nun räum das. Hallo. Luke, 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 Luke. Ah. Verstehst du? Hast du... Habt ihr gerade gesehen, wie er provokativ, obwohl er weiß, dass da was steht, guckt er provokativ in die andere Richtung. So nach dem Motto... Verstehst du? Zandir wohnt schon auf dem Bestraferplatz und jetzt packt er ihn da den Dreck auf den Tisch. Weißt du? Der wollte einfach mal gepflegt schön essen, damit er da am sauberen Tisch und der macht da... Das ist echt nicht nett von Luke, muss ich sagen. Jetzt weißt du auch, warum dein Vater so böse zu dir ist. Ja, Mann. Jetzt weißt du genau das hier, Luke. Genau das hier. So, gibt's jetzt zuerst eine Zandir? Oh, jetzt fängt er zu zaubern. Oh. Na, dann lass dir schmecken. Aber trink Lams an den Orangenlauch. Der ist vielleicht noch kalt oder so. Guck mal, das sieht lecker aus, diese Sandwich-Dingsbumse. Glitzerzucker. Wird schon dunkel draußen. Guck mal! Guck mal! Ja, das ist glitzer zu schön. Was wolltest du so? Ja, blablabla. Ja, du wolltest es doch billigose in den feinen Restaurants verhalten, die sich besser. Wie kann man seine Stunden nachgucken? Ausrufzeichen Points. Guck mal, das scheint Sandia zu schmecken. Sandia, das war die richtige Wahl. Dein Sandwich war die richtige Wahl. Tomaten-Speck-Sandwich. Ey, wisst ihr was? Ich hab jetzt voll Hunger. Ich will auch dieses Sandwich haben. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber irgendwie... Sei mal ehrlich, ich hab jetzt echt Bock auf dieses Sandwich mit diesen Tomaten. Keine Ahnung, mit Speck-Tomaten oder was das da war. Obwohl ich gerade keinen Speck esse, aber es klingt irgendwie lecker, oder? Ich weiß nicht, ob es klingt irgendwie lecker. Ich hab jetzt Hunger, aber... Das ist ganz schön lange da hinten, dieser... dieser... Sandia, fertig? Bestellen wir weiter? Komm. Der Luke ist echt voll der ungepflegelte Hobel. Für den Tisch bestellen. Gut. So, dann mal los. Mal den Kuchen bringen. Er hat gerade gerufen. Schuruk. Also übersetzt. Hey Luke. Habt ihr gehört? Schuruk. Komm mal her, du kleiner Schwerträger da. Also, habt ihr gehört? Sandia, Schuruk. Also übersetzt Luke. Interessant. Naja, man muss Sims sparen, muss man können. Das ist nicht so einfach. So, also Sandia wollte jetzt ein... Glas Milch, dann optimal. Nee, erst ein Punsch mit einem Cäsar-Salat. Dazu in Orangensaft, schön mit einem Speck-Salat-Tomaten-Sandwich. Und dann runden wir das Ganze ab mit Milch und sozusagen ein Schokotöhrchen. Super Schokotöhrchen. Und nochmal, sind wir bei 66 Euro. Hast du aber gut gehen lassen, sag ich dir. Ähm. Okay. Scheiße, wie lange hat dieser Luke eigentlich Dienstag, man? Ich dachte schon, dann stellt er das bei Sandia hin. Also, das wäre jetzt aber losgegangen. Sag ich jetzt nicht, du stellst es da... Ah. Na, endlich macht er seine Arbeit, Mann. Endlich macht er mal seine Arbeit, der Vogel. Warte mal, war da gerade ein Teddy? Da ist ein Teddy. Guck mal, das ist ja ein Teddy. Ein Bärchen. Oh, wie verfolgen mich die Bärchen. Guck mal, ist schon wieder ein Bärchen. Oh, da ist ja ein Bärchen, guck mal. Hab ich gar nicht gesehen. Da ist ja ein Bärchen. Und die Lampen sind ja noch nicht angegelt. Da sind ja bestimmt Lampen hier, oder? Ich würde gerne wissen, was da in diesem Bottischen drin ist. Das eine sieht aus wie Chili-Soße. Zuerst habe ich gedacht, das ist Eis oder sowas. Guck mal, eine fette Mikrowelle sogar. Und die macht lange Dienst hier. Das ist, wie gesagt, Mary Streep ist hier. Mary Streep ist hier am rumkochen und rumkochen. Wo hat denn der Tümmel geschmissen? In die Mülltonne? Und, äh, sag ich schon, und, ähm. Johnny Depp am Empfang und, äh, Luke Skywalker als keiner. Halleluja. Und wer ist er hier? Der, der, der Marco scheint irgendwie keinen Tisch zu bekommen. Weil der lungert schon die ganze Zeit. Oder der mit Aaron Löchner, 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 Löchner. Oder die beiden Baggern hier miteinander rum. Zeig mal. Alter, wo kommen die her, die Vögel? Wo kommt die her, aus welchem Wald? Echt? Sagen wir mal. Mann, wisst ihr, was hier noch fehlt? Das machen wir mal. Und zwar fehlt hier Beleuchtung, Gartenbeleuchtung. Nur so ein bisschen wenigstens. Muss ja nicht dolle sein, aber so ein bisschen Gartenbeleuchtung. Oder? Seid mal ehrlich. Die Frage ist jetzt, wo kriegt diese Gartenbeleuchtung Hier vielleicht Ne, da nicht Wo waren das mit dieser Gartenbeleuchtungsgeschichte Gartenbeleuchtung Wahrscheinlich unter Lampen Wahrscheinlich unter Lampen Lampen, wir müssen Lampen finden, Leute Habe ich mir mal überlegen kurz Das ist eine Tür im Fenster Schau mich mal ins Bettchen, danke für das lecker Essen Ja, ist schon ein geiler Restaurantabend Chris, wir müssen mal schnell eine Lampe finden Wahrscheinlich im Haus müssen wir gucken Wahrscheinlich unter Tischlampen oder so Das ist ein Deckenlamm Das ist ein Deckenlamm Das ist ein Deckenlamm Wo sind denn diese Stehdinger Ich habe mal so eine Säule Die ich bei mir im Garten zu stehen habe Bei meinem Haus Ich weiß aber nicht wo ich die gefunden habe Warte mal, das sieht irgendwie passend aus Warte mal, das sieht irgendwie passend aus, oder? Das war eine Tischdinger Warte mal Warte mal, das war auch eine Idee Besonders hell Besonders hell Hm, warte mal hier Mach mal schnell Lampe, Mann Skelettlampen Skelettlampen Ja, die Lampen des Todes Passt hier aber nicht hin Aber wäre ich groovy, oder? Skelettlampen Das ist von oben hier Oben Sehr romantisch Gib mir mal so eine Steh... Das war schon... Scheiße Das muss aber noch mehr Wo habe ich denn diese komischen Garten... Im Garten habe ich das irgendwo... Ich habe doch so eine Gartenbeleuchtungsgeschichte gehabt Wo ist denn das im Garten und so? Das ist es nicht Ich hatte doch Lampen im Garten gehabt Pfff Hm... Garten Deko Jagerung Lampen fürs Restaurant Lampen fürs Restaurant Aber hier gibt es keine Lampe für Restaurant Wann legst du noch mal Karten? Morgen, so wie es aussieht So müssen wir so der Planen Ob es dann dazu kommt Ist Beleuchtung Ja, aber da gibt es diese Garten... Warte mal, warte mal Ich habe doch diese Bella Dinger Wo sind denn diese... So einen fetten Boiler sind da So einen... Boiler Dinger da... Ich habe die doch irgendwo gehabt Ah, jetzt hier... Jetzt haben wir es Jetzt... 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 Oh... Nun cut dich doch mit der Lampe nicht an Einer... Meine Fresse... Nee... So... Obwohl... Das sieht genauso aus wie bei meinem Haus Aber na gut... Ey, warte mal... Uh... Wieso groß? Na... Nee... Warte mal... Nee... Du kriegst gar nicht... Ach... Ja... 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 Warte mal... Äh... Nee... Ja... 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 Das ist... Na ja... Nein... Oh... Nee... Das sieht ja viel zu... Oh... Gigantisch... Oh... Nee... Passt nicht... Nee... Das andere war schon... Ich glaube wir müssen ein asiatisches Restaurant machen... Ich sehe es schon kommen... Wir müssen ein asiatisches... Restaurant machen... Nö... Nö... Mach mal ruhig diese großen... Oh... Schön... Nö... Ey... Warum machst du das denn da nicht hin? Warum geht das denn nicht? Er sagt doch, dass es geht! Achso... Vielleicht... Nee... Was ist dein Problem? Bestimmt wegen den Fußpullen oder sowas... Ah... Irgendwas hat er wahrscheinlich wegen dem... Aber... Hm... Warte... Na... 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 Das sieht so traurig aus... Na... Na... jetzt da noch ein bisschen beleuchtung ist zwar schon wieder purer luxus aber wir sind mal nicht so das ist schon fast wieder fast also wirklich extremst luxus was hier schon wieder stattfindet aber wir sind auch guck mal meine fresse aber das ist normalerweise schon viel zu viel luxus aber wir gönnt den arbeitern ja den arme unterdrückte volk ja gespendet von robin hood sozusagen romantisch pur da könnte man gleich sich hinschmeißen und vögeln oder sei ehrlich meeeet echt jetzt dann halt nicht Warte mal, hier hinten noch ein Grunde. Echt das? Ah, war das Ding mit riesen Dingsbogen. Hier hinten noch? Ja, guck mal. Das ist ja wie aus Tausend und Einer Nacht. Das ist ja wie aus Tausend und Einer Nacht. Mensch. Guck dir das an. Mann, oh Mann, oh Mann. 4.000 und Einer Nacht. 1.000 und Einer Nacht. Na also, boah, sieht er abends noch besser. Cool, oder? Du wirst noch mal sehen, den du immer anhast. Den finde ich echt schön. Der sieht normalerweise noch viel, viel geiler aus. Man sieht ja meistens auf dem Video, sieht man nur schwarz. Der sieht normalerweise noch viel, viel geiler aus. Nur mal sehen, wo ich den mal zeigen kann, wo man den noch besser sehen kann. Der sieht wirklich episch aus. Weil das kommt gar nicht so auf Video, also den sieht man, der kommt auf links nicht so richtig rüber. So, so ist gut, oder? So, weiter geht's. Live-Modus. Guck mal her. Boah. Richtig nice. So, jetzt wieder zu Zandea. Und jetzt gucken wir noch mal, wie es von Zandea mit dem Ambiente aussieht. Ja. Guck mal mit der Beleuchtung dahin und so. Obwohl, warte mal. Na doch. Guck mal, schön, oder? Obwohl, warte mal. Ich bin der Meinung, weil man vom Tisch aus wo Zandea sitzt, sieht man nicht diese Böller-Lampen eigentlich nicht. Nicht, dass das jetzt schlimm wäre, aber... Aber wenn man jetzt an dem Tisch sitzt würde, sieht man mal den Tisch. Machen wir an den Tisch jetzt hier. So. Da würde man die... Doch, da sieht man den Böller. Also den Lampen, Böller. Wie sieht's denn mit dem Tisch hier aus? Mach mal Platz hier, du... Spanner, du. Da sieht man nichts. Hm, hier würde man wieder so sehen. Na ja, das ist halt so. Alter, die Lampen sind geil aus, oder? Die Dinger. So. Zandea. Zandea, er hatte sicher noch was eigentlich bestellt, oder? Kommt das jetzt, oder kommt das nicht? Für den Tisch bestellen. Wissige? Wir hatten doch... Hat er was... Oder hat er das schon gegessen? Nee. So. 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 Für den Tisch bestellen. Achso, jetzt noch. So. Nee, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal auf einen Kellner, zum Beispiel. Okay, er soll anscheinend... So. Zandea wartet auf Bestellung. Okay. Meryl Streed ist tierisch am Arbeiten. Wo ist denn Luke? Äh, Luke! Zandea möchte jetzt seinen... Spanet? Das ist aber ein Arsch, oder? Luke ist aber mal so ein richtiger Arsch, kannst du sagen. Hier, Zandea wartet schon die ganze Zeit. Der zieht immer andere Leute vor. Wir nächsten Mal? Hubs. Wir nächsten Mal? Ja, was möchtest du noch haben? Mit Nubsa? Ja, mach mal ein bisschen Nubsa mit dazu. Man muss halt warten. Aber Zandea wird ein bisschen mit Nachteilig, finde ich, ja. Ah, Stühlein. Jetzt hat er, glaube ich, gerade gelästert über Zandea. Ist voll der Arsch. Und, ja, Johnny Depp ist echt easy, oder? Und Mary Streep ist tierisch am Rumschündern, wie so eine Meere, kannst du sagen. So, Zandea kriegt jetzt noch seinen Kuchen. Da musst du den nicht irgendwo backen, oder? Richtig? Ja. Sie hat, glaube ich, gerade irgendwas gesagt, dass sie was bei dem einen in Essen reingemacht hat. Ja. Sie hat gesagt, dass sie was bei dem anderen in Essen reingemacht hat. Aber nicht bei Zandea. Die beiden komischen Typen da, die sind doch Drogenverkäufer, oder? Das sind doch Drogenverkäufer. Was gibt's denn? Da ist ja die Milch. Johnny Depp ist da vorne voll am Arbeiten, Alter. Der ist voll am Arbeiten. Lass dir schmeckens an dir. Johnny Depp ist ja richtig fleißig, Mann. Und da hinten, diese beiden Pissköpfe da hinten, die gehen mir natürlich auch... Dieser Paulus und dieser andere, wie ist der da? Ah, schmeckt ihn anscheinend. Wer weiß, wann er wieder was zu essen bekommt. Oh, mit einem Schluck ausgetrunken. Oh, halt mal an kurz. Oh, was läuft denn da? Oh, das ist es. Ou, ui, 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 ui. Das ist doch... Ist das nicht Nathalu? Ich dachte schon, was treibt sich hier Nathalu nachts und durch die Restaurants rum? Aber es ist nicht Nathalu. Aber blond. Ganz schön schlank, oder? Ich wollte gerade sagen, kein Arsch und kein Tittchen. Aber sieht aus wie Schneewittchen. Ja, ist doch, seien wir jetzt ehrlich jetzt. Guck doch mal. Kein Arsch und kein Tittchen. Sieht aus wie Schneewittchen. Das sagt man so. Das ist ein deutscher Rehensmund-Dingsbum. Ist nicht von mir. Guck mal, haben wir aber schön gemacht, oder? Sieht doch nice aus, unser Burger-Lahn hier. Eigentlich schon ganz schön, ein Hauch von Luxus schwebt schon auf diese ganze Gegend hier, finde ich, Mann. Also, schade, dass dann die ja die jetzt nicht anbaggern kann. Die hatten schöne Haare, oder? Ich hätte auch gern so die Haare. So will ich auch die Haare haben. Ja, so. So möchte ich auch die Haare haben. In Wirklichkeit. Na, guck doch mal. Sieht doch schön aus, oder? Genau so möchte ich auch die Haare haben. Ich würde die jetzt gerne nackig sehen. Ich guck mal, sag mal. Sag mal, du perverser Paulus, was baggerst du mit der rum, oder sowas? In den Sendungen bin ich gerade erst dazugekommen. Wie geht diese Redenzendung? Kein Arsch und kein Tittchen. Sieht aus wie Schneewittchen. Aber guck mal, der Garten ist schön, oder? Was ich finde, ist, dafür, dass es anfänglich so dramatisch war, aber jetzt ist alles schön, so ein bisschen, oder? Und die beiden gehen auch gar nicht hier. Die hängen die ganze Zeit schon hier rum. Wenn sie wüsste, dass er so ein perverser Typ ist, der sich abends durch die Gegend treibt und fremde Frauen anbaggert, wenn sie das wüsste, ist das ein Ding, dass er sich mal Zeit für sie eigentlich nimmt, weil ich meine, und dann spielen sie beide nur mit dem Handy. Der Einzige, der hier wirklich mal arbeitet, ist Johnny Depp, der hätte das gedacht. So, los. Zandea, alles schon aufgegessen? Wann hast du das aufgegessen? Harte, mir zahl mal. Oder wir lassen ihn einfach noch ein bisschen rumhängen, oder? Warten jetzt. Achso, war heute abgeräumt. Oh, guck mal hier. Krom hat Zandea seine letzte Mahlzeit gegessen? Auf einmal räumt er alles weg, als wenn du nur verpissst dich, also nach dem Motto. Ey, der Luke ist voll... Ey, wenn das Yoda mitbekommt, Alter, du kriegst so das Laserschwert hinten rein, dann kannst du aber glauben, du Vogel. Warte mal ab. Also, Han Solo und Apollo werden mit dir noch mal ein Wörtchen reden, sage ich dir. Das sage ich dir. So. Kannst du in der Eiswüste, kannst du versauern, sage ich dir. Ich würde mal sagen, wir trennen uns hier, also wir lassen mal Zandea noch ein bisschen rumhängen hier. Und, so, beenden erst mal die Aufnahme. Haben wir erst mal ein bisschen was geschafft. Aber warte mal, lass uns mal, wir gehen mal raus hier. Zandea, lassen wir einfach mal machen. Der hängt da einfach noch ein bisschen rum, lass ihn mal ein bisschen, freut er sich. So, wir gehen mal kurz zu uns nach Hause, zu Cosima nach Hause. Ja, aber ich habe schon lange meine Cosima nicht mehr gesehen, ich muss gucken, wie die aussieht jetzt. Letztes Mal hat sie ja voll einen vom Leder gezogen, da. Ach, das Spiel ist einfach schön, oder? Ich muss, ich muss zu welten. Ich musste gerade überlegen. Also, haben wir bis jetzt nicht geschafft, unsere Kirsche da hinten weiterzubauen. Oh Mann, da war noch so viel Arbeit. So, aber erst mal, erst mal zu den Anonymous-Leuten. Was stand da gerade? Drachenfels? Ach so, wir heißen ja Drachenfels. Die von Drachenfels. Wollt ihr jetzt auch was? Drachenfels? Kurz mal hingehen, ich muss mich ja mal selber sehen schließlich. Ich habe mich ja original getreu nachgemacht, sozusagen. Ja, ich sehe eins zu eins aus. Also man könnte, wenn man das Bild, wenn man dieses Cosima sieht und mich, könnte man keinen Unterschied feststellen. Praktisch eins zu eins habe ich das geschafft, mich da rein zu bekommen. Voll geil, oder? Zu Hause. Guck mal, das ist Nathalou. Das heiße Luda, das. Guck dir das heiße Luda Nathalou an. Was macht die da eigentlich vor der Tür? Haben sie dich ausgesperrt? Guck mal, wie der Schlafzimmerblick. Ach du Scheiße. Nathalou hat den Schlafzimmerblick aufgelegt. Wo willst du hin? Nathalou, wo willst du eigentlich hin? Baden? Und Amy, musst du nicht eigentlich längst im Bett liegen? Nathalou, Andy ist nicht im Bett. Wie spielt Thomas denn? Ja, warte mal. Wo ist denn hier die Uhrzeit? Hier war doch mal eine Uhrzeit. Es ist 21 Uhr, was? Es ist 23 Uhr 52, Freitag. Ey, das ist Freitag. Warte mal, ist das die gleiche Uhr? Nee, warte mal. Nee, es ist 3 Uhr 47. Echt, 3 Uhr 47 schon wieder? Sag mal, es ist 3 Uhr 47 schon wieder. Also in der realen Welt. Und hier ist 23 Uhr 52 und Nathalou scheint nicht sich dann, ich weiß nicht. Was mache ich dann eigentlich? Wow, ich bin unter dir. Oh, sind meine Brüste noch größer geworden? Schade, guck mal, die sieht genauso aus wie ich. Eins zu eins. Meine Fresse. Ja, weil die Brüste wird immer größer geworden. Baby, du bist aber auch kein heißer Luder, Mann. Oh, Junge, Junge. Junge, Junge, was schreibst du denn da? Ich schreib jetzt noch nicht meine Memorare. Ich will auch irgendwann mal ein Buch schreiben, aber noch nicht jetzt, Cosima. Das machen wir erst, wenn ich, weiß ich nicht, 80, 90. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss lives im YouTube machen. Warum fängst du jetzt mit Bücherschreiben an? Das ist noch zu früh. Oh. Oh. Uhu. Diddle. Aber gut, anscheinend zieht das Cosima zur Kreativität mit dem Schreiben hin. Man könnte glatt meinen, du schreibst viel, Cosima. Also irgendwie wirst du mir immer ähnlicher. Diese Cosima scheint viel zu schreiben. Ist komisch, oder? Irgendwie seltsam. Irgendwie seltsam. Ja, Mann. Die ist mir sowas von ähnlich. Und ich warten auf dich. Was so? Und warten auf dich. Wie wartet auf mich? Wie meinst du denn das jetzt? Wollen wir kurz mal laufen? Oh. Sam, Zizi, Katooni. Ich schreibe Liebesbriefe? Oh. Arvind. Hey, das mache ich genauso immer. So viel. Ey, das ist auch genial Cosima. Das ist unglaublich. Ich habe hier überall Krümel. Warum habe ich hier so viele Krümel? Chris hat hier meine Krümel, hat überall Krümel hingemacht hier. Na, bei Sims Community, habe ich gerade hochgeladen. Weißt du denn, wie du zu uns hochladen kannst, sozusagen? Warte mal, Galerie öffnen. Warte mal. Du kannst nämlich hier hochladen unter, äh, hier Hash, Hashtag. Naja. Wie war denn das? Ist Nathalu in der Nähe? Nathalu, kannst du mich hören? Verbinden? Wie, war ich offline gewesen oder? Niemand? Hab ich. Wie hast du? Wie waren das nochmal gewesen? Man, hier gibt es so viele geile Sachen. Na, Hashtag Hypnos World. Wir hatten mal Hypnos. Wir hatten mal, wir hatten mal sowas gehabt. Wie heißen es hier? Wir hatten mal, wir hatten unseren eigenen Stingsbum so gehabt. Aber fahrt mir nicht wie. Das muss dann Nathalu, weiß das vielleicht noch. Oder sowas. Wie war denn das gewesen, Mann? Muss ich das große und kleine Schreibung machen? Dann, Hypnos, da. Ah, Hypnos World vielleicht. Da. Hihihi. Das sind aber zweimal. Welche sind denn jetzt die richtigen? Wow. Das Haus von Laura ist schon 54 Mal runtergeladen worden. Achtmal wurde Venus runtergeladen. Wo ist eigentlich Nathalus gar nicht hier? Wo ist Nathalus abgeblieben? Nathalus weg. Sind beide die richtigen ab, aus Versehen zweimal. Achso, kann man mal wieder das weglöschen hier? Warte mal. Wo ist denn Nathalus abgeblieben, Mann? Hm. Komisch. Hm. Nuhu. Hallöchen. Danachs, hallöchen. Dann nehmen wir einfach das hier. Aber hier stehen so Sprüche, dass man wahrscheinlich Wellness-Tag und an die Arbeit braucht. Das heißt, im schlechtesten Fall sind da Sachen dabei, die nicht euer Sims hat. Wie gesagt, normalerweise, wenn ihr die Modes alle habt, dann könnt ihr mir die Modes auch geben. Wenn es nicht zu viele sind. Also nicht, dass ich wieder drei Wochen da nicht um alle Modes reinzumachen. Aber wenn es so ein paar Modes sind, das haben wir ja, wie gesagt, Venus zum Beispiel, sieht man ja hier bei Venus. Die hat dann ihr eigenes, ihr eigenes Bums-Ding. Hm. Komisch, dass Nathalus nicht da hat. Vielleicht hat es wieder weggemacht. Kann sein, dass Nathalus wieder weggemacht hat. So, speichern wir jetzt mal. Speichern wir uns das erstmal rein, das ganze Dings-Bumse. Na logisch. Da sind sie wieder. So. Das ist noch kurz mal noch laufen. Oh, scheiße. Was ist denn Nathalus eigentlich? Der ist ja voll durchtrainiert aus Kollegen Schnüerschuhen. Kollege Anonymous ist ja voll durchtrainiert, der Kollege. Wo geht der hin? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Irgendwie scheint Anonymous mit Annie nur einen Blödsinn zu machen. Kann das sein? Und Nathalus ist glücklich. Ich glaube, Nathalus hat mehr Brust bekommen. Ja, Nathalus hat irgendwie mehr Brust bekommen. Nathalus ist so, kriegst du mal mehr Brust. Nathalus ist voll am Schreiben hier. Sie ist voll beschäftigt. Das ist echt ein Neus, ja. Ja, Nathalus läuft auf jeden Fall. Ja, oh, so eine Schreibmaschine. Das ist in Wirklichkeit, wäre ich auch so. Ich würde genauso sein bei der Schreibmaschine. Ich würde genauso Schreibmaschine schreiben. Das ist voll gruselig. Die haben da draußen voll die Action, oder? Die haben voll den Spaß da draußen. Und ich mache irgendwie mein eigenes Ding da drinnen. Ich bin extrem beschäftigt mit der Schreibmaschine. Und Anonymous ist voll der Party-Typ, oder? Ey, das ist voll der Party-Typ. Vor allem, der singt ja heimlich. Das weiß keiner. Der singt heimlich, singt der ja im Gamer-Haus. Weil wir uns eine Zeit lang, haben wir uns ja gewundert. Sag mal, wo verschwindet der denn immer? Der ist immer weg, ja. Und dann habe ich den durch Zufall, durch Zufall habe ich den dann mal im Gamer-Haus getroffen. Sag ich mal so. Ja, ja, Anonymous. Wir kennen deine anonymen Dingsbumse. Ja, ja, ja. Aber schön gemacht alles. War ja auch ein Haufen Arbeit. Klasse. Ich hoffe, die räumen auch alles weg hier. Aber sieht recht nice aus, alles, oder? Sieht recht anständig hier aus. Wer hört das? Die Grillen. Ach, mal den Brünen. Oh, der will irgendwie gar nicht aus dem Wasser rauskommen, oder? Das ist voll der Freak, also. Den scheint es da echt gut zu gehen. Ah, guck mal, Nathalu räumt ja auf. Bitte mal merken. Bitte mal auf der, auf der, auf der, äh, auf der Plus-Liste merken. Nathalu räumt ja auf und macht sauber. Oh, das sind Plus-Punkte für Nathalu. Das ist ja jetzt aber... Nathalu räumt auf und macht sauber. Na, das ist ja ein Ding. Und freut sich dabei. Na, das merken wir uns aber. Ja, jetzt quatschst du mich voll. Nathalu, jetzt quatschst du mich voll, ja? Du quatschst mich voll, wo ich an der, wilde an der Schreibmaschine habe. Guck mal hier. Voll geil, Alter. Wir brauchen davon, wir müssen mal in Stand, guck mal hier. Im Real wäre das auch so. Das wäre auch genau wie im Real. Lass mal in Stand. So, hier lächeln wir. Standbild sozusagen. Guck mal, sie mal ist wild am, so. Oh, eine Schreibmaschine tippen. Und Nathalu sitzt daneben und denkt sich nur, ach Mensch, Gau, sie. Das ist es. Das ist original aus der Realität gegriffen, ganz zusammen. Guck dich das an. Original Realität. Guck mal hier nochmal. Ja, guck mal. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Und Nathalu sieht aus wie ein kleiner Vampir. Muss man echt mal so sagen, oder? Seid mal ehrlich. Mann, hab ich viel Brüste. Wow. Heiß. Heiß mit Eisen. Nathalu sitzt daneben und lacht sich über Cosima kaputt. Nathalu sitzt daneben, ja. Cosima ist wild am rumkämpfen mit der Schreibmaschine. Und Nathalu sitzt daneben und lacht sich kaputt. Das ist gut. Das ist echt, das ist typisch. Das ist, und irgendwie Anonymous ist voll der Wasserexperte geworden, kann ich so sagen. Ja, ich würde mal sagen, ist das ein schöner Abschluss, oder? Und somit schließen wir sozusagen diese Geschichte hier. Mach's gut. Gute Nacht, John Boy. 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 Also Ling Ling, du bist ganz schön, guck mal dir. Shodan. Na, wer kennt das Spiel? Wo die herkommt hier? Wo kommt Shodan her? Familie, die Robots. Die müssen wir auch noch einen pflegen, die Robots. Die Robots müssen wir auch noch einen pflegen. Und Julia, Robots auch. Die heiße Stalle. McFlytrap. Wenn irgendwas fehlt, ist auch nicht schlimm. Also wir haben noch reichlich zu tun. Ich muss mal um. Britney Spears. Na, wir haben sie alle. Die müssen wir alle noch einpflegen, Leute. Wir haben noch viel zu tun. Guck mal, Angelina Jolie. Und zwar die Urversion von Angelina. Die muss man noch alle reinholen. Wir haben echt noch zu tun. Ich will mal sagen, wie war denn das mit den NPCs? Ja, warte mal. Ich weiß es glaube ich. Äh, raus geht. Äh, erstell ist zum Verwalten. Ja, ja. Verbindende setzen. Achso, also doch so. Oh ja. Da fehlt einiges, würde ich mal sagen. Tüt, tüt, tüt. Gehen wir mal durch. Hier ist alles da. Er hat keine Haare. Ascensa hat keine Haare auf dem Kopf. Oder ist es mit Absicht? Hat der Haare auf dem Kopf gehabt oder nicht? Ich weiß es nicht. Schlafen geht in Ahnung. Sieht auch gut aus. Dem fehlt eigentlich nur anscheinend hier. Aber ich glaube nicht, dass er so umläuft, oder? Ich will keine Glatze haben. Achso, er hat mal Haare gehabt. Dann heißt es also, wir müssen uns demnächst mal damit beschäftigen. Und wie sieht es aus? Du hast doch bestimmt hier ein Hemdang gehabt, oder? Ja, ja. Es sind auf jeden Fall ein paar neue Klamatten dazu gekommen. Ah, echt verdammt. Ja, nimm ein Shirt oder so. Was? Ja, motherfucker. Guck mal, hier ist der alte volle Ascensa, ist der Rapper, man. Was ist denn das? Sieht das immer für Frauen? Guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Das ist halt Style, man. Sieht aus wie ein Hardcore-Rapper, Alter. Guck mal hier, das sieht ganz nice aus. Wir haben ja noch einiges. Da müssen wir uns mit beschäftigen, nicht jetzt. Wir gucken einfach mal, das nächste Mal was. Machen wir mal das nächste Mal dann so ein bisschen. Aber ein T-Shirt. Ja, komm, uns fehlt der nur hier eigentlich. Ansonsten ist der ja komplett... Warte, dann können wir euch als NPC schon mal reinholen, willst du? Nimm mal erst mal ein bisschen was zum Anziehen aus. Hier, so. Lass mal eben noch locker machen. Und ein paar Haare will er noch haben. Sagt er. Er sagt, er will noch ein paar Haare haben. Na ja, dann kriegst du noch ein paar. Das hat kein Problem. Zack. Und schon ist er perfekt. Hahahaha. Ohohohohoho. Wäre nett, ja. Was? Hm. Sieht aus wie einer von den Bitches, oder? Night Fieber, Night Fieber. Ja, da, 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 da. Ja, ich bin der Dad, send you. Ich bin der Night Fieber, send you. Das ist Mami Kosi. Nein, natürlich. I want you, baby. What you gonna do? Do what you gonna do? Ich hau da zu. You're the fucking dating man. Ba, 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 ba. Vielleicht ein bisschen. Ich bin der Banderas. Ich bin ein Künstler. Ich kann malen. Mit meinen Grußchen Pilsen. Oder vielleicht, wie wär's mit was? Yeah. Oh, ich bin der Barbier aus Babilia. Nein, ich bin eine Anime-Figur. Nein. Yeah. Da, 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 da. Ja, der Motherfucker, ja. Ich bin der, ich bin der große John Travodin Anhänger, denn bei mir kannst du dir die Haare föhnen. Ja, Mann. Nein, Mann. Wer hat zum Beispiel eine Idee? So, welche Haare willst du dann haben? Äh, als Hände? Welche Haare? Zandea? Ja. Welche Haare willst du haben, Zandea? So, ja. Willst du das so aussehen? Weil, selten kurz oben, seitens kurz oben noch mal. Nicht? Nee. Also so. Zeig mal. Zeig mal. Nein, bist du im falschen Film? Oh, guck mal, mit Schwänzchen hinten dran. Also, sagt er, also. Seitens kurz oben noch mal. Guck mal her, hier. Nicht, guck mal her. Das hat der Art, oder? Sei mal ehrlich. Siehste? Sonnenschein. Du bist raus. Genau, sei mal raus. Hier, guck mal her. Außerdem wird sie... Ich muss so lachen. So, ja, guck mal her. Yeah. Ja, auf jeden Fall, seiten kurz. Na, so viel seiten kurz. Was empfiehlt denn eine Menge Haarschnitte? Da kommen noch, da kommen noch Haarschnitte. Oh, Mann, Alter. Ich hab noch richtig viele Haarschnitte. Glaube ich zum... Oh, wo sind die? Ja, frag mich nicht, wo die alle sind. Also, Asensio. Konzentrier dich. Was so ein bisschen so... Iro-mäßig ist. Was so ein bisschen Iro-mäßig ist. Wie wird es mit dem hier? Er hier. Guck mal her. Sag schnell, das war gerade ein... Eins fast. Oh. 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 Ja, ist okay, sagt er jetzt mal. Genau, wir können ja dann nochmal... Nochmal überlegen oder so. Okay, nehmen wir das. Na, guck doch mal. Mensch, da siehst du ja aus... Da siehst du ja aus wie Steven Siegel, Mensch. Man könnte doch denken, du bist Steven Siegel. Sonnenschein bist du mit Steven Siegel zusammen. Sonnenschein ist mit Steven Siegel zusammen. Ich wusste, dass ich den eines Tages kennenlerne. Leute, ich hab gerade eben Steven Siegel kennengelernt. Da mit dem blauen Symbol. Was, ein blaues Symbol? Irgendwas mit dem blauen Symbol, sagt so. Der Ihmchen hier. Das hier. Meint er den hier? Meint er den Haarschnitt? Okay, dann nehmen wir das dann. Die Augen hätten grün sein müssen. Ich weiß nicht, was ihr da... Augen ist jetzt... Das wird zu kompliziert mit Augen. Aber guck mal, ich hab hier 80 Millionen Möglichkeiten. Deswegen, ihr hättet dann überlegen sollen, was wir machen sollen mit den Dings. Gute ist, wenn ihr mir mal so ein Foto schicken könntet. Dann kann ich das vielleicht ein bisschen nachmachen. Mit dem Foto ist es dann einfach oder so. Einfach blau. Blau, einfach blau. Blau, 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 blüht der Enzion. So hier? So, weiter so? Na, ziemlich blau, oder? Na, ganz schön blau. So, gut. Gut, schauen wir mal was mit Sonnenschein los ist. Guck mal, die hat Haar auf dem Kopf. Guck mal, die hat Haar auf dem Kopf. Im Moment sieht es jetzt mal ganz gut aus. Gucken wir mal die anderen Dinger durch. Ob es da überall angezogen ist. Ja. 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 Ja, ist alles dran. Sag mal, warum benutzt ihr eigentlich alle mal diese Puschen, diese komischen Puschen-Häschen-Dinger? Könnt ihr mal? Aber wir haben hier geile Klamotten, ja. Also für Frauen, weil im Moment, für Männer kommt noch. Aber glaub mir, wir haben hier wirklich richtig heiße Geschosse am Start. Guck mal hier, Toll. Also wir haben hier richtig übelst geile Klamotten, sag ich euch. Das sag ich euch. Du kannst ja sogar in so einem Warwick verwandeln, ja. Du kannst sogar Warwick sein an der Welt. Also wir haben hier richtig tierisch was am Start schon. Da gibt's tierisch was los hier. Und da kommt noch tierisch dazu, sag ich euch. Schon allein körpermäßig. Wollt ihr noch ein bisschen, wollt ihr noch ein bisschen mehr Style haben vom Körper her? Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Obwohl, das sieht schon geil aus, oder? Da fehlen nur meine grünen Augen. Grüne Augen, sagt sie. Nein, ein Zombie. Warten für einen grünen Witznamen? von welcher reihe alter du verstehst unter grün auch was andere kann sein irgendwas stimmt hier nicht bei den grünen alter ich tippe auf grün und jetzt zeigt mir blau hat ja so sagte ich klicke auf grün und ihr zeigt mir blau kann mir das mal einer erklären hier stimmt doch was nicht wollen wir so machen das was meinst du das hier sonnenschein dann nehmen wir das erstmal dann wie gesagt body mäßig können wir noch eine menge machen da ist tierisch was drin und was los auch tattoos hier wir haben wir haben reichlich tattoos hier guck mal wie viele tattoos hier haben seht ihr das hier hier ist tierisch was los sag ich euch wir haben sogar wir haben richtig übelst tattoos hier richtig sogar helikin mäßig aber hier war noch mal ein körper wo war denn das mit den körpern gewesen ne das ist es nicht hier hier fehlt doch was sag mal haben die hier irgendwas weg gemacht oder so wo ist denn das mit dem körper und so was ist das nicht das ist das nicht Nippel tattoo muah hier stimmt irgendwas nicht oh hier stimmt irgendwas nicht hier stimmt irgendwas nicht hier stimmt irgendwas nicht Mir fehlen ja meine Bodydinger, fehlen mir hier, wo sind denn meine Bodydinger, warte mal. Mir fehlen meine Bodydinger, fehlen mir, ich hatte ja verschiedene Bodytypen und sowas, normalerweise haben wir noch Tattooen, hier stimmt doch was nicht. Ich mach mal einen neuen Charakter. Hier stimmt aber nicht. Meine Bodydinger sind alle weg. Aber das von meiner Cosima ist ja noch da. Oder ich weiß nicht mehr wie man da hinkommt. Ne, ich jetzt nicht. Meine Bodydinger sind alle weg. Warte mal Körper. Oder ich mach mal was falsch. Warte mal, ich glaube hier oben war das wahrscheinlich. Na Gesicht. Hier ist es. Was gerade meine kann man hier sein. Hier guck mal, hier pass auf Sonnenschein, pass auf Sonnenschein. Warte mal, ich muss ja mal was anderes anziehen, damit man was da gucken kann. Ich glaube das ist schon mal ganz nice. So pass mal auf und zwar, wie war das jetzt am Kopf? Kopf, so. Guck mal, warte mal, hier ist es auch mit anderen Haaren. Komisch, warum war denn bei den Jungs, bei den Frauen haben wir tausend Haare. Also bei den Frauen haben wir, bei den Jungs kommt aber noch. Bei den Frauen haben wir 80 Milliarden Haare. Ja. Da haben wir alles. Bei den Frauen haben wir wirklich sehr, sehr viele Haare, wie man sehen kann. Sehr, sehr, sehr viele Haare. Aber wir würden jetzt erstmal zu den, hier nehme ich, pass mal auf und zwar. Zum Beispiel guck mal so, dann sieht der Körper noch filigraner und so aus. Siehst du das? Hier zum Beispiel. Guck mal hier. Ja man. Also wie du siehst, gibt es jetzt zig Möglichkeiten, wie man den Körper so machen könnte. Wir haben hier also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wie man sehen kann. Ja. Müssen wir uns mal mit beschäftigen. Sonnenschein. Oder sagst du, hey, so möchte ich auch sehen. Sonnenschein, was hältst du denn davon? Ich mag meinen Körper. Achso, okay. Hätte ja sein können. Ich habe, wie gesagt, ich habe alle Körper vorrätig. Oh, es hat zusammensprochen. Die Bubis sind zu klein. Ja, das ist kein Problem. Das kann man ja, das ist ja kein Problem. Ja. Das ist hier kein Problem. Guck. Zack. Und schon ist die Welt natürlich in Ordnung. Das ist hier kein Problem. Bei Hypnose Vault bekommst du große Brüste. Natürlich. Ich glaube, ich muss mal was wegmachen. Ich habe mich lange nicht mehr mit dem Thema hier beschäftigt. Oh, guck mal hier. Also am besten sind so die Standard-Ich-bin-geil-Body so. Standard-Ich-bin-geil-Body. Dazu gehören zum Beispiel. Wir haben irgendwo was aktiviert. Deswegen. Der hat irgendwo jetzt Pipi drin im System. Der wäre auch mal so eine Taste, dass man hier. In dieser Rubrik. Ah, hier. Manchmal kannst du das nicht überschritten. Da merkt sich diese Einstellung dann. Schluss weg. Aber manche überlagern sich und manche nicht. Da kann man gut rumtricksen. Man muss halt ein bisschen üben, wie man praktisch was am besten rumtrickst. So, guck mal, haben wir alles weg? Wie glänzt du hier an? Specki! So, warte mal. Wir haben irgendwo eine. Meine Fresse, Alter. Da wahrscheinlich. So, jetzt. Einer hat wieder alles ausgebremst. Dann siehst du die anderen alle nicht. Haben wir es jetzt? So, ich glaube hier oben war die hier zum Beispiel. Da muss ich wieder so ein komisches Mumps Gesicht haben. Meine Fresse. Guck mal, die hier. Oder zum Beispiel. Guck mal, sie. Gibt es also gute Möglichkeiten hier an. Na, guck mal. Hm. Oh, es ist Poporel. Guck mal hier. Aschibacken. Sogar mit schönen Aschibacken. Ah. Oh. 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 Puh. Bisschen angebräumt. Da hat sie ein bisschen zu lange auf dem Grill. Das Gesicht macht mir Angst. Äh. Hm. Hm. Aber du siehst, es bieten sich Möglichkeiten. Das muss man irgendwann mal machen. Okay? Da machen wir dann so richtig sozusagen. Wir könnten also dich sozusagen körperlich hier noch richtig, sozusagen wie du siehst, können wir nochmal nachlegen. Gibt hier reichlich Möglichkeiten. Mhm. Und das war fürs Gesicht. Reichlich Möglichkeiten. Wie sagt, da muss man, wenn wir mal Zeit haben, mal vielleicht alle so durchgehen. Könntest du dir theoretisch. Wie sagt, ich habe mir versucht, möglichst fast alle, die ich finden konnte, die ganzen Bodydinger, dass ich die ganzen Bodydinger da habe. Ah. Für die Jungs haben wir auch. Siehst du, hast ja Anonymous gesehen. Der war auch ziemlich durchtrainiert, der Kollege Schnisch, oder? Ja. Aber lassen wir erstmal, sonst kommen wir ja nicht voran ja. Wir sind bestimmt schon wieder über zwei Stunden. So. Aber Ascension sieht ja, denke mal, sieht ja beide ganz gut aus. So. Aber da geht noch was. Also da können wir noch theoretisch nach. Aber sieht ja auch aus. Ich denke mal, sieht ganz nice aus. So. Das heißt, so Ascension hat jetzt Haar auf dem Kopf. Na, ist doch schon mal rad. So. Das heißt. So. Wie waren das jetzt? So. 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 Genau. Die 10er. Mit jetzt mit Haar auf dem Kopf. So. Wir können ja alles machen. Wir können ja alles machen. Wir können ja alles machen. Und steht die weite Welt steht uns offen. Ah. So. Warte. Gehen wir kurz mal zur Galerie. Na dann. So. Und das heißt. Warte mal. Hier könnte man eigentlich auch nochmal die Haare sehen. Hmm. Hmm. Weil jetzt hat er nämlich schwarz und hier hat er nämlich braune Haare. Warte mal. Jetzt sehe ich die erstmal hier. Warte mal mal gucken. Mal machen. Ich meine, das ist das Puzzle nicht? Huh. Hmm. 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 Huh. Hmm. 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 Hm. Hmm. 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 Ascensor und sonst was meint der hier den hier oder oder also auf jeden fall 1 1 wahrscheinlich nicht das geht auch ein bisschen komisch das war wahrscheinlich sogar der gleiche oder war wahrscheinlich der oder dann nehmen wir den da 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 so so das heißt das war die irgendwie ja obwohl das andere bild sah cool aus ich hoffe ich ach scheiße da kommt man noch mal sehen welche 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 t-shirt er an hat da hat er so ein ding sah wo man mit weiß grau so hat er an mal gucken ob er noch ein anderes schönes t-shirt warte mal das will ich jetzt wissen warte mal nicht löschen jetzt nicht das war ok wir sind da noch da dann löscht das nochmal mit einem graus t-shirt t-shirt zeig mal nochmal her was mit grau und wie so wie findet ihr dieses sportding hier dieses sportding oder ist das zu äh das andere sagt cooler glaube ich auch t-shirt wasseriöser wasseriöser warte mal hier wieder wie findet ihr das schwarze hier mit dem bau das vorallem wie passend aussehen guck da mal auch nicht schlecht oder und braune haare ach ja braune haare wie findet dann das t-shirt hier guck mal das steht ihnen aber auch hier guck mal das sieht auch cool aus oder ja senso sieht auch geil aus guck doch mal das hat voll pro mäßig so aber ich glaube er senso für seine oberarm aber sieht cool aus ich finde das sieht nicht mehr ja mit der jacke ist okay das sieht cool aus ja sag ich da auch oder sieht doch cool aus mit der jacke das schwarze sah auch nice aus und braune haare dann so die doch recht heiß aus zur hochzeit müsste dann andersrum laufen so ja zum beispiel guck mal ist auch mal jetzt ist das hier zum beispiel guck mal sieht auch schnieker aus ich glaube das will an sind als händler nicht doch was händler würde lieber so rumlaufen geht das andere wasser meint also nach zwätschken typ der zwätschken mann der zwätschken mann eher ein sportler typ sportler typ guck mal hier hopopo hopopo sport sport kommt noch also sportler typen ich habe schon ganz viele sachen eigentlich auf meiner warteliste da am runterladen also was runtergeladen werden muss ich habe ja geguckt wegen jungs ob es ein paar geile sachen für jungs gibt und so guck mal hier ich habe ja ein paar coole sachen hoffentlich für jungs na sportler typ aber das ist so ein bisschen auch so ein bisschen bumsthene so oder außerdem fällt mir auch wir können teilweise auch die farben verändern du sportler typ da war schon perfekt ja denke ich mal auch das hat auf den ersten blick ganz gut gewirkt denke ich mal genau also also das hier nein natürlich nicht guck mal ist auch schön leger so oder hier guck mal hier warte an der farbe können wir drehen guck mal hier ich bin der sportler mann ich bin der sportler mann weil ich alles sportlern kann Guck mal, hier kann man sogar grau. Ich bin der Sportler, Mann. Guck mal, hier können wir auch mal rumtricksen. Ich bin der Sportler, Mann. Hat der doch als Sportanzug an. Hat der doch... Wir haben auch Ganzkörperkondome hier. Ja, Zandeo. Zandeo, äh, ach, mein Scher. Äh, Ascensio. Oh, guck mal, sieht ja nicht süß aus. Nein, ich bin ein Student. Ich bin ein typischer Student. Nein, ich bin ein Holzfäller. Quatsch, ich gehe ins Theater. Und zwar zu dem eingestaubten. Ich gehe ins eingestaubte Theater und huste mir richtig mal die Lunge weg. Nein, ich bin ein Teletamia-Anhänger. Ich bin ein Teletamia-Anhänger. Guck mal hier, jetzt kommt Smooth Run. Jetzt ist Smooth angesagt. Smooth, get me rose, rock, baby, man. Guck mal hier, ha? Man muss nur suchen. Pass auf, wird besser. Yeah, das ist mein Move. Ich bin Ascensio. Na, guck mal hier. Sorgenschein, was sagst du dazu? Ha? Das ist ja richtig schnieke, der junge Mann. Oder eher dezent ein bisschen vielleicht? Ein bisschen dezenter? Guck mal hier. Aber das Rot ist auch nicht schlecht. So ein leichtes Weinrot. Sieht nice aus, sag ich doch. Frag mich, Mann. Aber kommt an dem trotzdem nicht ran. Sieht besser aus hier. Und da guck mal nochmal farbtechnisch gesehen. Na, guck mal hier. Guck mal hier. Ja, guck mal schon. Guck mal hier. Auch nicht schlecht, oder? Also, wir nehmen lieber das hier. Weil das hat noch 51, 21 Jump Street, Mann. Das ist 21 Jump Street, Mann. Mein Name ist Johnny Depp. Also, äh, was willst du haben? Genau, also welches? In pink oder in grau? Was nennen wir? In grau? Oder doch ein bisschen... Bisschen polarisierender in pink? Vielleicht in pink? Ja, also ich finde, es hat was. Es sieht auch markant aus. Grau vielleicht. Grau vielleicht. Hm. Wer fragt denn jetzt Asensio, Alter? Naja, ich rede gerade mit Sonnenschein. Alter Schwede, Mann. Ja, es ist auch gut. Na, sag ich doch. Komm, das hat was. Obwohl das Grau auch echt geil aussieht, muss ich mal sagen. Aber ich... Mal, wir nehmen lieber das Graue, glaube ich. Weil das... Die sehen beide gut aus. Aber ich glaube... Mein Gefühl sagt mal für Asensio, wir nehmen das Graue. Okay, dann mach das mal mit Sonnenschein. Weiter nehmen wir nicht. Ne, wir nehmen das Graue. Das war schon auf den ersten Blick richtig irgendwie so. Ach Quatsch, komm, ihr Sonnenschein. Na. Ab an den Grill, Mann. Ab an den Grill, Asensio. Und hau mal richtig ein paar Boletten ruf. Hau mal ein paar Boletten auf den Grill, Alter. Hau mal ein paar Boletten ruf. Keine Angst. So. Jetzt kannst du, bist du der Brill, Maxe. Du bist der Brill, Maxe. Alter, das ist scheiße. Zieh da mal was an. Wo kommt man denn da hin? Ja, hier. Nein. Das war schon richtig. So, wo ist denn jetzt deine Jacke? Hau mal ein bisschen rumalbern hier. Ernster Fehler. Ich bin ein Gamer. Ich bin ein Gamer. Ein echter Ochser und Gamer. Ach Quatsch. Nennt mich. Nennt mich Tanzverbot. Nennt mich Tanzverbot. Ja, ich brauche den Mantler. Bitte ein Grau. Ja. Nennt mich Tanzverbot. So. Na gut. Quatsch. Ich bin ein Rocker. Ich bin ein Gamer. Ein Daymer. Ein Unternikanana. So, okay. Gut. Das war anstrengend. Bitte. Bitte Groove machen. Ascensu. Nein. 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 Mann, Ascensu. Nun, gib dir mal ein bisschen Mühe. Die Sonnenschein posten die ganze Zeit. Nun, na los. Ja, ja. Ein bisschen lächeln mal. Nun, lass dir mal ein bisschen gehen. Komm, komm. Sei noch nicht. Mensch, du bist Löwe. Nun, strahl doch mal. Du strahl doch mal. Ja, los. Ja, das ist schwul. Los jetzt weiter. Das ist auch schwul. Nee, komm jetzt weiter. Lass dir nicht so gehen. Doch, lass dich gehen. Aber nicht so. Nein, komm schon. Mann, du hast es doch drauf. So, nicht so. Das ist schon wieder schwul. Hör mal mit dir. Nun, zeig doch mal. Jetzt mach doch mal ein richtiges Blut. Das ist auch. Nein. Du hast es doch vorhin. Dann hast du es drauf. Nicht so. Hör mal auf jetzt. Soll ich kurz Fosse machen? Kannst du nicht? Nun, sag doch mal ein richtiges Move. Mensch, Mensch, Sonnenschein. Du musst dich mal ein bisschen ermutigen. Der scheint nicht richtig beim Fototermin dabei zu sein. Nun, mach doch mal jetzt hier. Komm nur. Ja. Jetzt guck mal. Bin es jetzt richtig oder was? Ja, genau. Warum nicht gleich so? Muss man immer erst. Mann, 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 Mann. So ist gut, oder? So ist schön. Seid ehrlich. Das ist es. Das ist er. Das ist Original Ascenso. Das ist Original Ascenso. Warte mal, hier nochmal gucken. Also. Alice, will ich noch weiter fotografieren? Nein, wir lassen mal. Nein. Ich habe nicht erlassen sollen. So, zeig mal, hier haben wir es. So, und dann brauchen wir die zum... Nein. 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 Raus, raus jetzt. Keine Kamera. Sternzimm verlassen. So, und jetzt müssen wir praktisch daraus NPCs erstmal machen. Das heißt, wir pläten die auf dem Platz hier. Nein. Danke und Tschüss. Mach doch mal, Mann. Mach doch mal. So. Und dann praktisch. Nein. Nein. Nein, doch. Nein, doch. So. Blenden. Versetzen. Ja. So, fertig. Nee. Nicht schon wieder. Oh, das sah gerade cool aus. Nein. Okay, dann nochmal. Komm, Asensio. Ja. Ja, ja, ja. Warte mal. Jetzt lässt sich aber Sonnenschein so ein bisschen gehen. Nee. Passt Sonnenschein nicht. Nochmal. Nein, das ist schul. Nein, das ist auch nichts. Das ist nichts. Komm schon. Lasst euch nicht so gehen, beide. Jetzt fangen sie weiter an zu spinnen. Mach doch mal jetzt hier, Mann. Komm schon. Nein, das ist es nicht. Komm schon. Du kannst es besser. Wir wissen, dass du es kannst. Und Sonnenschein. Tu auf. Hör auf damit. So, und jetzt. Ja. Das ist es wieder. Genau das ist es. Planten. So, und jetzt wieder löschen. Und dann sind sie nämlich drin. So. Und dann sind sie nämlich NPCs. Warte mal. Wie war das denn? Na, wie war denn das nochmal? Na, wie war das denn? Ausfalt. Ausquartieren. So. Oh, dramatische Musik. So, jetzt nochmal gucken. Und zwar unter. Und jetzt müssen sie theoretisch hier irgendwo sein. Nee, wir sind hier falsch. Nee, da gibt es noch mehr Haushalte. Wir sind hier falsch. Haushalt verwalten. Sims zwischen Haushalte verschieben. Jetzt hat man ja. Irgendwas stimmt. Irgendwas stimmt hier. Irgendwie wartet mal. Ich bin da irgendwie voll raus aus dem System. Da konntest du. Warte mal. Komm mal. Ja, ja, ja. Jetzt kommen wir das mal hin. Sagst du heute noch Sims oder andere Games? Guck mal auf die Uhr. So, würde ich geben mir solche. Warte mal, wo sind sie denn? Da sind sie beide. Na, also. Jetzt sind sie beide NPCs. Genau. Da müssen wir nochmal herausfinden, da gibt es irgendwo eine große Liste. Irgendwo gab es noch eine große Liste, wo man, man kriegt es auf die Stelle nicht hin. Auf jeden Fall sind es jetzt beide NPCs. Das heißt, die tauchen jetzt überall auf. So, wir müssen das mal raus. Besser, wir speichern das mal wieder. Ey, was macht der da immer für eine Scheiße? Der macht nur Scheiße. Ich glaube, wir sparen uns das mit diesem Hypnus-Wall-Spielstand oder keine Ahnung. Achso, warte mal. Ne, der speichert dann. Spielstand 10 ist das. Na, dann mach einfach Spielstand 10. Spiel verlassen, Sprechstand und verlassen. Ne, mach mal. Jetzt haben wir wahrscheinlich weit über zwei Stunden wieder gemacht. So, für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein bisschen getrödelt zum Schluss, aber hey, wir hatten ja auf jeden Fall wieder viele lustige Momente, denke ich mal. Von daher geht es dann. Wahrscheinlich sind wir klassisch wieder über zwei Stunden, wahrscheinlich sogar drei, vier Stunden wahrscheinlich. Aber nachher war es zurück. So, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und weiterhin, wir sind im Wochenend-End-Modus sozusagen. So, jetzt tschüss. Eis, dann. Ja. Ihr hat mir staple, dass wir auf das Signal liegt tun. Constanz. Ja.